Moin und willkommen zu einem neuen Clash Royale Video. Heute wird es wieder absolut wild, denn heute spielen wir erneut im 2 gegen 2 gegen 2 das globale Turnier. Mit dabei sind Morten, Sam, Carl, Flobby und natürlich wieder Matthew, also genau die gleichen Spieler wie letztes Mal. Wir losen aber dabei neue Teams aus. Das geschieht direkt am Anfang. Danach duolieren wir uns so lange in Zweierteams, bis das erste Zweierteam fünf Niederlagen zusammen hat. Und der, der am Ende die wenigsten Niederlagen hat, der gewinnt das Ding. Wie spannend es wird und wer am Ende überraschend gewinnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Gerne einen Daumen noch rumtassen, wenn es dir gefällt und ein kostenfreies Abo, um keine weiteren solchen Videos zu verpassen. Außerdem heute Abend um 19 Uhr wieder im Live-Stream dabei sein. Da zocken wir XXL-Länder und vielleicht noch andere Dinge. Also da einschalten. Ich freue mich auf jeden Einzelnen. Und nicht vergessen, Code BIXMIN im Shop einzutragen lohnt sich immer. Danke an jeden Einzelnen, der das macht und jetzt ganz viel Spaß. Also BIXMIN, Flobby, M&M und Carl, Sam. Geile Teams. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ey, Flobby, wir haben einen Job. Wir müssen das Ding hier gewinnen. Ja, ich werde wieder die meisten hier lang haben. Ich weiß es jetzt schon. Alter, Flobby, halt dein Maul. Mach kein Auge. Woher soll ich anfangen, BIXMIN? Achso, stimmt. Wir fangen ja auch an. Logisch. Oder machen wir hier schon ein Papier. Oder fangen wir einfach an? Nein, wir fangen einfach die Reihenfolge. Okay. Wir sind ja ein Team, jetzt können wir aussuchen. Okay, wir machen einfach eins. Willst du oder soll ich? Äh, lass das... Du fängst an, oder was? Ne, fang du mal an. Fang du mal an. Okay. Ich muss kurz aufs Klo gehen gleich. Oh mein Gott, wenn ich jetzt direkt das erste Spiel verliere, dann heul ich. Dann hasse ich dich einfach. Bitte. Bitte. Du bist doch jetzt nicht auf dem Klo während dein Team-Match steht, BIXMIN. Ja, ich kann mir das nicht geben. Danke. Okay, okay. Spaß, was kurz aufs Klo. Viel Erfolg du gepackst hast. Ja, ich mach das. Ich mach das. Kein Problem, man. Aha, Prinzhilfe. Das ist E-Giant-Hilfe. Was spielst du denn für ein Deck? Ich spiele dir das Deck mit höchsten Winrate. Und meistens Use-Rate. Mega-Retter, Widerreiterin, Edithilberbahn, Mutter-Hexe, äh... Ich hab das einfach kopiert. Ist das E-Giant? E-Giant. Lobby, BIX, wenn Karl ist, Morse, und... Meistil wieder. Geil. 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 Geiiiil. Da auch ein Ingwer-Shot. Ingwer-Shot. Geil. 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 Glaublich, was ist denn das für ein Deckaut? Ja, der Gegner nicht. Auch mal genel estarzt. Geil. Wann ich Kleiner, angeneh... Geil! Cheyent, Mechanics. E-Giant, eh-Giant. E-Giant, hinten jetzt. Oh my God. Yes O mà die Boote. Der ist sowieso gewonnen, guck, dass er Elixier hat. Der hat 2 Elixier und hat sieben Truppen aufzählen. Das ist ja mega kacke, hä? Hey, was ist denn das jetzt? Nix, dann kommt gleich mal der Toilette, der denkt sich nur so, what the fuck. Was ist das denn jetzt? Ich komme vom Klo und ich sehe, er hat verloren, das kann nicht sein, oder? Ja, Lucky. Das ist doch jetzt nicht wahr. Was lässt du mich denn alleine, Mann? Junge! Gegen E-Giant erstes Game, das kann doch nicht sein. Ich gehe rein, ich gehe rein. Oh mein Gott, Digga. Du musst besser spielen. Warum muss ich jetzt hier für 2 schon wieder schwitzen? Was wird endet? Ey, ich glaube aber auch, dass das so schnell geht wird heute. Du bist so schlau, Kai! Naja, ich weiß jetzt, wieso es randommäßiger sein sollte als normales. Standard Schmutz. Okay, ich mag es eigentlich. Ich bin doch nicht auch ganz okay. Ich mag diese 5 Minuten Overtime. Ich bin dumminal. Du bist gerade eben auch noch gemocht, muss ich sagen. Achso, gerade, Mann. Achso, gerade, Mann. Oh, Mann. Nein, Smalfi, bist du's? Immer die Teslas, ja. Das macht rein, Schmutz. Welches ist so ein Schmutz? Hehehe. Also, ich habe es doch irgendwie so ein bisschen... Im Gefühl gehabt, ja. Ja, ja, wechseln. Aua! Hä? Hä? Hä, stimmt der Cracker überhaupt? Nee, ne. Er hat übrigens keinen Freezer, ich will. Er hat keinen Freezer, keinen Freezer. Das ist wichtig. Random Deck, Läger. Das ist ein komisches Deck. Dein Deck ist echt richtig schlecht. Er hat immerhin Gallybarry, statt den Wallraken oder so. Dann wird's ja gleich noch Rächen Sinn machen. Der Speedy Loon Rage jetzt richtig Bock. Er hat einmal, weil Kyrelun Mauerbrücher Rage an die Brücke kommt. Er muss irgendwie out-cyclen. Ein Ballon Rage und dann einfach gleich nochmal Ballon Rage. Er versteht das nicht. Er versteht das Spiel nicht. Das ist richtig. Er wollte halt sein Falker beschützen, naja. Er gibt sich Mühe immerhin. Ey, Tester sind aber gut, dieses Tester gespam. Nein, sind leider echt gut dagegen. Aber du kannst mein Tester auch ehrlicherweise nichts, also nichts falsch machen. Oh fuck, war keine von mir. Oh, jetzt Rage, 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 oh baby. Das ist egal, dass nur ein Hit passt. Das ist halt nichts, oder? Ja, ne, ist keiner cool. Er hat halt kein Füß, er kann halt nicht, er hat keine Power. Er kennt Slowbo, er hat nichts. Er muss jetzt einfach recht wieder reingehen. Ey, wenn ein Gegner Zap gegen den, Bats gegen den Spiel, hat er einfach verloren. Er hat einfach verloren, der Typ. Dann geht das mit los. Was ist denn mit Kacke die ganze Zeit, Junge? Der Arme. Ja. Fidi. Okay, wichtig. Ich glaube, der könnte es halt sogar gewinnen, wenn er es okay spielen, oder? Ja, ja. Aber er ist nackig. Wir müssen ehrlich sein. Wir müssen einfach ehrlich sein. Vielleicht ist es wieder zu schon. GG, Junge, let's go, wichtig. Okay, Team Flowby, ein Nier-Lage. Ey, ich wusste, dass einer von uns gewinnt wird. Oh scheiße, man. Schwierig. Ich würde gerne einfach... Aber ich glaube... Ja? Ich glaube, es wird auch ein anderes Team auch... Also ich glaube nicht, dass alle flawless bleiben. In Sun Death, das ist krank. Das ist die Hölle. Sun Death ist die Hölle. Das ist die Hölle. M&M. 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 Du fängst an, Matthew. Dieser Hölle, 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 Song. Wir gehen rein. Wer ist denn im Game? Matthew. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Hast du nicht gutes Meta gegen E-Chain? Ja, genau. M&M. 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 Lass uns clashen. M&M. 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 Da ist ja gut, das Ding ist, Tobi, wiegt euch jetzt, das sind psychologische Tricks, Tobi wegt euch jetzt in Sicherheit und gleich rasiert er einfach. Du darfst die Rockets nicht zu den neuen Feuerbällen werden lassen, Maffi, das ist wichtig. Ich will euch wieder auf der anderen Seite rein, ich will den Ozeichen. Hey, danke, dass du uns deinen Spieler kennst. Einer fragt in meinen Chat, ob Matthew Muggie ist. Ja, das macht das gleiche. Du warst ein Tesla, Tidi? Ja, das war's, haulandes Feld rüber, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter, einfach. Okay. Nichts anbrennen lassen, wir haben die Fackel noch in der Hand. Wir haben die Fackel in der Hand? Okay. Auf nur wheelchair Basis. Einfach die Fackel in der Hand. Okay. Wir spielen Miner's Vale Cycle, ich hab Päusen reingenommen, weil ich wegeaset wurde von dem Klon. Klar, aber. Schmerzt das. Es ist... Nee, nicht, dass ich der selbe Gegner, oder? Nee, sieht so aus, aber es ist das selbe. Meiner hat chinesische Zeichen gehabt, zwei. Ist das safe jetzt bei noch an die Brücke, oder ne? Das ist tatsächlich... Ist das irgendein abgefucktes Deck? Ja, richtig. Irgendein abgefucktes Deck. Nicht mehr und nicht weniger. Ah! Ja! Das macht natürlich nübersinn. Nee, ich glaub, da hast du ein gutes Matchup. Ich glaub auch. Ich glaub, das wirst du nicht verlieren. Ja. Ich glaub auch nicht. Ice, wo ist Tesla, Nadel? Gucken. Ist das eine Rezikate? Rakete? Ja, klar, Brudy. Brudy, hör auf, dass du das sagst. Jo, ich hab's Meta gemacht. Lass mich auch meine eigene Meta haben. Die meisten Leute haben tatsächlich Space Cycle mit EQ gespielt. Oh! Warte mal kurz. Hallo? Ähm. 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 Ist das ein Nadel wieder, oder? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Wir mussten Nadel. Ich hätte das Gefühl, wenn ihr wieder gefällt hättest. Geht alles wieder rein, 2 MB. Na komm. Ja, guter Lamba. Guter Lamba. Die ist verteilt, also ist okay. Ja. Oh ja. Mach's den. Mach's den. Mach's den. Mach's den. Ich hab ja meiner. Ist das Robbett die letzte? Ja, ne? Jo, jo. Jo, Jonas. Hm. Hm. Muss ein Anwursch werden. Schnellstens. 100%ig. Okay, du kommt rein. Ja, ich nato den gleich einfach. Nehm. 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 Eismagier ist HP nerven. Das ist zu tanky. Eigentlich schon, ne? Ja, aber mit Pfeile, Zapp, Lumberjack, Valkyrie, stimmt das halt auch, ne? Ist ja nur ein paar Speils, die man draufklatscht. Ich finde, du sollst durch Feuerball sterben, eigentlich. Digga. Ja, stimmt. Eigentlich schon. Macht Sinn. Das geht macht keinen Sinn. Aber dann wäre der Eismagier auch tot. Das ist geil. Macht keinen Sinn. Gefällt mir sehr gut. Alles geht schön, Leute. Der Eismagier, der hat ne. Ah, ne. 10% Hilfe. Klar, die Bombe. Oh, der ist dran. Das seht ihr auch, oder? So geil. Ja, aber... Juni hat das so asozial. Der kann gehen, ja. Aber... Sammich. Bilal guckt unser... Ähm... Egal. Leute, die anderen spielst du. Okay. Wie nice das Spell Cycle, holy! Okay, ich bin gespannt. So, Sidhu aus Malaysia. Kennt man den? Ja, das ist der Bruder von Sidhu. Achso. Ich bin lobt, ey. Nice. Ein Naio, ein Barrel auf der Hand. Das ist der Neemagier. Komm, Sidhu. Geh hier aus der Partie Siegreich hervor. Ah, ja. Einmal tief durchatmen, um diesen Witz zu verdauen, bitte. Danke. Wie, du hast E-Drag. Zum Nose, der Rega. Ich hab's mal hier bei dir. Ich hab's mal hier bei dir. Rega-Ritter ist nicht so gut gegen E-Giants. Hab ich gelernt. Die Manions vor dem E-Giants auch nicht so nahe ist. Gibt's nicht gleich so einen Legi-Token durch den Pass? Kannst du dir gleich die Karte nachholen? Legi-Token? Musst du erstmal den Pass kaufen, oder nicht? Nein, nein. Ich meine, durch, 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 äh, durchs GT. Ein Token, nicht, nicht so'n Joker. Token? Ein Buch, oder was? E-Yo, ein Freistraden. So'n Token? Ich kann doch nicht traden, weil ich hab' keine einzige Lashy doppelt. Oh. Du musst merken, du musst merken. Legger. Schade eigentlich. Okay. Dann kommt der Boxkampf zwischen dir und Wix. Ja, nice. Da seh' ich uns. Wir müssen jetzt erstmal zusammen, sagen wir, wir müssen jetzt erstmal zusammenboxen. Naja, jetzt zusammenboxen und jetzt die anderen, ja. Richtig. Let's go, Carl! Let's go! GG! Aber im Rat werden wir eher geboxt, wegen mir. Schade. Was werden wir? Ja, wir werden grad geboxt. Schade, Mann. Nein! Du packst das, Junge. Das war ein Psycho-Trick von dir, ich kenn dich doch. Ja, klar, klar, klar. So, jetzt. Carl, die Legende. Darfst du nicht tilten, dann ist alles gut. Wo ist Carl? Clash-Runde. Gegen Wings neu. Wings? Das ist das echte Wings? Das ist nicht der echte Wings. Wings AP. Da geht AP. Ja, wird ja auch sagen. Versteht ich aber keiner. Hat auch Carl versteht's. Warum? Weiß ich nicht. Hat sich ja mir richtig angefühlt. Okay. Und dann spiel ich noch mit Barbaren. Weil jetzt Ewa für Kackler friedlos sind. Ist er aber laut an die Brücke oder was? Was ich wirklich nicht wusste. Wild. Ist ja egal, was er macht, Digga. Es gibt einfach Lava-Loot-Scale und so. Nein, das war's. Waaalt. Oh! Oh ja, geil! Oh! Oh! Oh mein Gott! Ihr musst den Stirb noch weg. Wahnsinn! Aber ich frag mich, ist eigentlich Lava überhaupt so nice im Sudden Death? Nee, aber ich kann. Also ist halt trotzdem so das Beste für mich. Ich kann nicht. Wolltest du gerade sagen, ich kann nicht alles? Alter, holy shit. Nein, du kannst ganz viel. Traur dich. Oh no. Der Feuerball! Alter, also er ist... Er ist keine solche Maschine, die man die gerne hätte. Ja, was ein Zap. Maschineller Zap. Gigi, 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 Gigi Megaminion. Mit dem Swipe. Gigi, ist ja sehr entgegen, da schon. Ist halt schon so ein Gameplay, ne? Das fand ich auch. Kaliker, deine Debs und deine Doom-Sounds spielt, ist das einfach... Es geht vor, aber. Gut zu sehen. Kein Lava, die Brücke, und jetzt Luna hinter und dann Feuerball und dann ist vorbei. Let's go! Kein Wunder, das geben keiner mehr in Spiel, Digga, wenn ich sowas will. Das war nicht schlimmer. How toxic. Ja, wept it. Jetzt kann ich der Erste sein, der zwei Niederlage hat. Let's go. Also, bitte nicht. Bitte nicht. Ich würde es halt so feiern, ne? Ey, Bixen, soll ich dieses Golem-Doomstone-defensive-Golem-Deck spielen oder soll ich bei dem Deck bleiben? Spiel das, womit du dich am wohlsten fühlst. Jo, Golem. Golem. Ja, dann geh rein mit Golem. Ah, okay, mal Golem. Der Golem. Mehr Wien. Wien. Wollt ihr Merlin schreiben oder Marvin? Das habe ich nicht gerade genau hochgebracht. Oder ist es einfach Mehr Wien, Digga. Splash hat, ist doch jetzt gut eigentlich den Golem, ne? Ich glaube, der spielt. Ist gut gegen mich. Ja, warum hast du bald Kören denn, der gute Fall? Ich spiele Golem-Krebs mit Walnut. Ist das ein Dingsives Golem ergänzen? Das merkt nicht. Das ist gut, chillt. Könnt ihr bitte belieben an diesem Grabstein? Ja. Kann ich auch noch Opposite Lane-Crash machen oder so? Nein, geht nicht. Ich glaube, das macht man nicht. Spiel dritter hinten, um gleich maximale Leitungen zu geben. Eremann. 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 Kann der Gegner späusen? Udi, liegt mir ein Doppel-Elixier. Ja. Leilo, tust. Ja, der spielt ja komplett weird. Ja. Es ist definitiv Slack, Matthew. Also Silber ist wahrscheinlich gewinnt, Flobby. Aber ich muss sagen, das Deck ist irgendwie scheiße. Ja, das Deck ist echt scheiße. Das war nicht mit der Kür. Ohne weil Kür. Ach für mehr denn reicht's. Da kommt noch mehr für mehr. Ja ist schon klar, aber... Ja, ich hab keinen Fall mehr. Ich hatte einen Dingsière ohne, im Vergleich zugegern. Ich hab mal mit Walcure Grunem Platz 14 erweckectoral. Toll. Welche Meter war das? Ah, war das? Das war die Elixirum. Das war die Valkyremeter. Ja. Ja, mit Elixirum. Nein, aber da hab ich ja nicht das Deck gespielt. Das gab's noch ein bisschen davor, aber auch Valkyremeter. Ja klar, Valkyremeter braucht unbedingt einen Buff. Ja. Nein, das war echt gut mit Valkyremeter. Nach dem Ritter Neuf, Digga, braucht erstmal Valkyremeter. Ja, find ich auch. Guck so nice. Dein Gegner findet den Greyfair noch nicht. Ja, wenn der jetzt den Ritter Greyfair pushen macht, dann sind die... Dein Gegner hat sich das Deck befeiert, aber hat den Greyfair noch gar nicht freigeschaltet. Er spielt ja wirklich ein paar Blitz scheiße. Ja. Ja. Ja, ich möchte das Deck verlieren nochmal. Aber das ist das Deck zum zweiten Mal oder so. Ich find's auch geil, dass ich jetzt wieder Greyfair. Das ist hier. Das ist nice. Er ist eh dry mit dem Dings Megaratterdeck und jetzt Greyfair mit Bodo. Digga. Junge. Der war richtig schlecht. Der war richtig schlecht. Der war richtig schlecht. Der liegt auch die ganze Zeit. Ja man, er spielst einen Grafstern nie gegen den Gronom, aber gegen Babyfair und so. Das fackt mich ab. Das ist super nice. Du hast schon mal so im zweiten Grafstück gesehen, dass das nichts wird. Du fällst rein einfach. Komm rein jetzt. Eismar hier und dann noch rein. Na nicht so. Na nicht so. Na nicht so. Mach doch nicht so. Oh. Mach doch nicht so. Oh. Einmal das Auge. Okay. Ja der Typ war einfach Neckertaufelmann. Ich finde es aber gut wie er versucht hat den Eiswagen außerhalb der Lightning Range zu setzen. Ne der war hart scheiße der Gegner. Da gibt es auch keine. Entschuldigung. Ja der war echt. Der war echt richtig schlecht. Ja ich muss mal gucken was ist das Spiel. Vor mir Junge. Let's go. Unleash the inner beast. Wichtig. Ich geh rein. So. Igau. Okay. Sterne in seinem Namen. Okay hässlich bitte sei kein Labehund. Bitte sei kein Knecht. Oh. 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 Hast du das? Ja. Sicher? Wenn der Freeze geht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ein Freeze. Oh. Ja. Noch ein Hilt. Noch ein Hilt. Noch ein Hilt. Ich denke alle hat jetzt gewonnen aber er hat nicht gewonnen. King er macht. King er macht. King er macht. King er macht. Kämpf. Kämpf. Wie nice ist es einfach. Wer der selbst. Wer der. Freunde. Chillt doch mal alle euer Life. Chillt doch mal alle euer Life. Ihr wisst doch wie der Hase läuft. Ja. Schöne so trash. Well played bigspin. GG wie gut. Der hat sich doch einfach den King Tower anlockt. Ja. Der ging aber hart scheiße Digger. Nehmen wir für das geht nicht. Bigspin du hast wunderschön gespielt. Du hast wunderschön gespielt bigspin. Ich weiß. Matthew ist da. Du bist wunderschön. Das auch. Wird. Ich hör mir kurz ein Stück Kuchen. Nice. Alter wie ein nice Kuchen. Du musst ganz gut kommen bevor Flubi spielen. Jake. Hä wie lange soll er denn Kuchen holen. Hallo. Wer weiß. Golem. Das ist Loons Cycle oder was. Es ist Sundead. Das geht schon schnell. Das ist Loons Cycle. Das ist Loons Cycle. Das ist Loons Cycle. Ja Loons. Das ist ein kleines Spiel. Das ist Loons Cycle. Das ist Loons Cycle. Gute Frage. Setz sich's nie in der free King der activation. Fällt mir. Ja. Gewinnst du's nicht? Mit defensiver X-Bogen. Dann ein offensiver X-Bogen. Und dann DD. Wo dann was er ist und er gibt auch. Ja. Ja. Aber. Hatte ich einfach keinen Bock mehr gehabt. Das Game ist einfach so tot man. Okay. Starkes Spiel wäre hier. Richtig starkes Spiel. Die letzten drei Gegner. Die waren alle so lost gewesen. Es ist Zeit rein zu gehen. Ich glaub die Mannschaft zu 50. Also von uns. Möglich. Aber es ist halt random. Was ein Tornado. Also in einem normalen Turnier würde ich eine Milliarde mal eher ja sagen. Als in so einem Turnier. Wenn ich Hardcore der Welt. Ich glaube auch. Ja. Wie nice. Die Rocket. Geil. GG's. Ja. Ist das over. Sollte ich ihn noch machen. Oh mein Gott. Der Typ ist gar nicht mal so mega kacke. Aber. Du hast ihn komplett zerstört. Ich hab es ja auch. Schade. Wer hat gewonnen. Ja. Schwierig. Wer ist das nächste? Ich gewinn Gott. Okay. Wer ist das nächste? Wer ist das nächste? Wer ist das nächste? Wer ist denn jetzt nächste? Kann ich das überhaupt anschauen? Oder soll ich einfach ins nächste hier hingehen? Nice. Das geht nicht lange. Alles gut. Oho. 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 Heißt. Oho. Öhä. Oho. ��. Oho. Ne funktionierlar. Hast du viele Leute? Ich gemspielt Ärgples. Egal. Aber der scheint nicht schlecht zu sein. Na nicht einfach. Wieso hat er denn keine Breeze und Ndele justet? Warum an der nur E-Bubs? Na ja ich glaube gesagt «Flied hoch» und dann noch Nade und das annoy Sinn. Ja wie gewinnen der zu Turmen mit E dwa bubs? First Bridge oder was? Na ja. Ja ja. Der muss doch Grey hier noch haben, weil der kann das nicht verfallen. Oh. Irgendwie, die Plays nach dem Iversbrücke waren. Hm. Kommt ja groß geworden. GG. Jetzt, Mann. Der hat doch alles gegeben. GG. 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 Hast du auch schon, was deine letzte Karte ist? Wer ist jetzt? Wer kommt jetzt? Ich finde nicht so ein Spell, oder? Muss doch eigentlich ein Spell sein. Hallo, wer kommt jetzt? Ehm, Karl. Oh. Die Garte hat er ja nicht gespielt. Er hätte noch ein Grey wird, lol. Oh, Junge. Was? Der hat ja nicht gefilmt. Er hätte Ritter Grey hier zurückgemacht und gewonnen, Digga. Er hätte einfach nur Grey wird Freeze machen können. Ja, sowas macht mich sauer. So ne Scheiße, Digga. Boom. Jetzt haben wir ein Problem. Undeskaliert. Nee, Stau mal kurz. Dickstar. Ey, Mensch, du musst mal deine Twitter DMs irgendwann checken. Dennis ist absoluter Fanboy. Absoluter. Der hat doch viel Geld, so. Da kannst du was machen. Ja. Der kann die... Aber bitte nicht stemmen, Matthew. Hahaha. Einfach nach nem Tag wieder rauslöschen. Schade. Schlechtesinnig. Ich mag den Style, wie Karl Lava spielt. Lange nicht gegen mich spielt. Warte. Ist das ein gutes Ding, das nicht wahr? Lava hat halt den Druck. Oh, was auch ablässt. Haua. 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 Haua die Brücke. Haua die Brücke. Haua die Brücke oder was? Warte, der E-Drag. Der wird jetzt richtig schwer gemacht. Ne, ne, ne. Der Karl macht das wohl. Ne, Karl gewinn das mit Lava Chip. Wie freu dich, Digga. Jetzt kommen einfach... Jetzt kommen einfach Ballons in die Brücke oder nicht? Ja, bisschen. Ja, go. Let's go. Einfach besser. Einfach der bessere Spieler. Das war so hart kein gutes Spiel. Das war echt ein geiles Game, man. Der Nado war so unglaublich schlecht von dem. Ich hab mir schon ein bisschen gecontact, finde ich. Ah. Nervlich. Du hast Lava Lung gespielt. Okay. 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 Dann wollen wir mal rein snatchen. Okay, einfach. Das ist jetzt einfach klar. Javi, der Zweifel los. Let's go. Warum bist du mit Level 12 auf 4K, Digga? Was passiert? Das ist mein Second Account. Also mein Third Account an sich. Ah. Am Anfang bin ich mit Lava E-Maps reingegangen. Da wurde irgendwie so zweimal mit ganz komischem Plasch. Oh, ja, 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 ja. Jetzt sind Vollmer noch auf dem. Ah, ja, ja. Komm, komm. Dann spielst du jedes Tag, Digga. Ja, 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 ja. Das ist ein gutes Tag. Was soll das? Das hat die höchste Winrate in der Sun. Das war's für die Kack-Tag. Ähm. Das war's für die Kack-Tag. Das ist ja, dass das was heilig ist. Das war's für die Kack-Tag. Das war's für die Kack-Tag. Ja, das war's für die Kack-Tag. Ja, das war's für die Kack-Tag. Ja, das war's für die Kack-Tag. Hat mit Dinger das immer gespielt? Wie hieß denn nochmal? Fabi? Tilted Eddie? Ja. Das lässt sich sehen. Das ist gut. Tilted Eddie, Digga. Lava Kack mit zarten Komplominiens. Musste Tommi weinen. Da auf'n Ingwer-Shot. Da hast du grad gesagt, da auf'n Ingwer-Shot? Ja. Du kennst die ganzen Ingwer-Shot-Memes leider nicht. Okay, nee. Ingwer-Shot ist geil. Die sind ekelhaft, hast du das? Gucken, ob ich den Clip irgendwie... Es gibt so'n nicesten Video. Fächt? 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 Ich glaube ja, Megamin ist auch strong, weißt du? Jaja, it depends, ich weiß nicht, mit Barpat hatte ich das im Matchup gefühlt, aber Barpat ist da nicht mehr drin, schade. Achso. Hä, dann war es nichts connected. Ja, es ist nichts connected. Das war was, das hat aber den Klettergut ausgetragen. Ja, ich hab Lotterie verloren. Ausgesagt. Ich kriegert das hier geiler Deuten von den Gegnern. Mann macht der mich sauer, der ist so scheiße, Alter. Diese Poisons die ganze Zeit. Ja, jetzt kommt Gravia, Digga, und das war's doch schon wieder. Ja, Poison, auf und sie wieder 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 Poison. Ich hab keinen, du Keck. Ich spiel ja jetzt keinen auf und sie einen Poison. Juhu, du spielst ja Gravia, Digga, Kacke. Was ist das für ein, hä? Wie, ich spiel in Gravia, Kacke, was ist das? Ich glaub, du musst ihn, ich glaub, du musst ihn spielen in dem Matchup oder gegen Babybanger nicht. Gibt der da nicht mehr Damage? Nö, ich glaub nicht. Okay. Kann ich spiel die Karte nicht so. Ich bin ja der Sparky Dude. Ja, Safe ist der Sparky Dude. Ah, gutes Barcode. Digga, du bist Sparky, Digga, er spielt. Habe ich gefühlt. Habe ich gefühlt. Habe ich gefühlt. Habe ich gefühlt. Fühl ich aber auch einfach nackt, oder? Krass. Nee, das ist nicht der Placer, den wir sehen wollen hier. Let's go. Wichtig und richtig. Nice. Junge. Wie krass seid ihr? Team Flammy ist am Comeback jetzt. Ihr seid so krass in dem Game. Ah, weiß ich. Äh, ShoppesTV aus dem vierten Morgenstatt. Beste Grüße. Beste Grüße zurück, Shoppes. Danke dir für deinen vierten hier. Sehr geil. A-Kick. Geil. Fett darf du das bleiben. Okay, Matthew. A-Kick. Aus Legions. Legity. Nee, das ist ein random shit-deck. Das gefällt mir. Ich habe direkt eine Reaktivität geworfen. Matthew faced mir selber auch irgendwie die geilsten Typen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl Morten und Matthew gewinnen heute. Ja, hab ich auch irgendwie. Geil zugefühlen irgendwie. Ich hab einen Ex-Kick tatsächlich. Nice. Hat er bitte Frost-Tauber? Der Ex-Kick, Spell-Cycle und Expo. Die verlieren halt irgendwie. Die haben kaum schlechte Match-Ups. Weil machen wir ja Devils. Ja, Digga. Von so einem E-Chine-Kick mit einem Labo und Spieler will ich mir nichts anhören hier. Nein. Was macht er? Was? Ich geb ihm nur ein bisschen Konfidenz, dann bis die Cocky werden. Ist super okay. Cocky. Cocky ist ein neises Wort. Ja, Mann. Wir sind ja immerhin ein anderes Wort. Neises. Ah, okay. Aber ich... Also ich mein... Hacker Graveyard ist ja gar nicht so schlecht. Der ist gut. Der ist gut. Der wird verliert. Der ist gut. Der wird verliert. Der ist gut. Der ist gut. Aber warum spielt man... Ey, warum klappt so eine Kacke so Nado, Mann? Wer wird das Spiel manipuliert? Es macht doch keinen Sinn, wenn man so bad zappt, dann geht der Graveyard auf die... Der Turm auf die Skelly ist. Eigentlich ist noch hier so fucking broken. Ja, Cocky... Cocky erroll mich tatsächlich auch mal ein Hockey. Wenn ich frei gescheitert hat, so... Ein bisschen mehr Clash musst du. Kannst du aufhören, Testers an der Burke zu spammen, bitte. Kannst du doch mal ein bisschen Chippen? Jaja, Mutti. Absolut beschissen, Feuerball. Oh, kein LX hier. Oh, ja. Er hätte Packer Zapp machen können. Aber das wäre zu viel gewesen. Du darfst den Gegner nicht überfordern. Ja, schade, das war's. Das war's. Komm mal so ein Frustfeuerball so, oder? Ja, so einer, der aber nichts bringt. Schade eigentlich. Vielleicht Lock, Lock. Ne. Oh, Ne. Auch Nebo. Ne. Matthew Gott. Ja, kommt der Netz. Der Augenmachende Boss. Junge, das gefällt mir hier. Es ist ja nur Team... Team Dix bin in der Niederlage. Ja. Ja, weiß auch nicht, wer da verloren hat, ey. Tschüssu. Tschüssu. Das sind noch drei Partiene, der auch nicht spielt. Ja, der Leakspieler, das ist der echte Typ. ich hab wieder ein gutes Matchup. Den Tesla, den reden ich drüber, alles gut. Ja, wir sollten eigentlich gewinnen. Wir haben ein sehr sehr luxuriöses Matchup. Ein luxuriöses. Alles Annehmlichkeiten. Das ist eine Goblin Gang. Sagen wir das einfach mal durch, weil wir es können. Einfach, weil wir es können. Einfach für den Flex. Scheiß auf Digga. Geil. Oh, ist das denn die Kraftes? Oh, nice. Nee, nee. Och Junge. Was ist denn das? Also Digga, jetzt ist es vorbei einfach. Das ist doch freudig oder nicht? Ja, sofort. Ist was? Der ist echt jetzt an die Liken gleich. Scheiße. Ist was? Natürlich Rambo. Oh, bist du Onlyfans? Klar. Natürlich. Oh, ey. Oh, mei. Yeah. Redig geil. Tja, boiii. Ich glaube jetzt mal eben noch. Schaut. Junge, hört auf damit. Oh, gute Verkühre. Sie holt sich auch Clay von irgendeinem random. Oh mein. Wie Toxic. Egal. Jetzt kommt mir einfach eine Goblin Gang. Oder? Warum die Vakete geht auch noch? Oh Gott. Oh Gott Digga. Komm schon. Da, du bist so ein 2-Head. Ey. Oh, ja, ja, ja. Oh, jetzt aber. Ja, ist gut. Ja, aber das hast du glaube ich, äh. Seine Princess ist so zu kacke. Ja, wir haben gewonnen. Wir müssen noch die Akade werfen. Ja, gut geclashed. Okay. Wer ist dran? Keiner? Jo. Sam ist dran. Ich hol mir kurz Gummibärchen. Okay. Gummibärchen. Einfach Gummibärchen. Wir sind in Massephase. Haha. In Massephase. Ah, gute Rakete. Ja, Bro. Das ist genau the way. Ach du Scheiße. Ah, genau das ist der Spieler. Ja, genau das. Ey, das ist doch bekannt oder nicht? Ja, du hast gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Ja. Du hast genau 30 Sekunden geclashed. Wie hält's? Haha. Wie hält's? Haha. Welche Sorte, Morten? Lachgummi. Oh, nice. Sogar im Maxi-Pack. Digga, wir haben, waren die auch. Die normalen? Ja, die mit gefüllten geilen Sachen. Oh, ne. Ne, wird gefüllt. So widerlich. Hey, willst du? Hä? Nein. Lachgummi sind immer die normalen, die besten. Ja, die gefüllten sind echt weird. Hey. Das sind nur die Joghurtdinger, aber eigentlich nicht. Ne, sowas widerliches. Joghurtdinger sind doch die gefüllten, oder nicht? Ja, ja. Sagt ich auch. Hä? Es gibt doch diese... Hä? Es gibt doch diese Obste und Früchte. Du machst eigentlich Feuerball. Wie denn? Es gibt Gefüllte, die nicht Joghurt haben. Erdbeere, Kirsche, Kiwi. Sowas gibt es auch. Ja, du, Tü, Tü, Tü. Also ich kenne nur zwei, die normalen und die Joghurtdinger. Mit Lachgummis, da macht man nichts falsch mit meinen Söhnen. Ich glaube, es gibt die normalen... Was ist mit den Trichtern, wenn ich fragen darf? Robert, und dann gibt's noch Saure. Was? Es gibt noch normale... Ja, Saure, Saure. Ja, Saure ist geil. Sauer ist geil. Es gibt normale, die auch geprüft sind. Und die hat Morghurt. Ich hab' ich noch nie gegessen. Ich bin nicht in dem Business so drin. Damals waren Rathbubina heiß. Wir haben direkt zugeschlagen. Alter. Wie gut. Robert muss sparen. Einmal durchs System gedribbelt. Hexe Rage. Ja. Arena 1 Deck. Ich hab' noch keine Banditin. Ich bin kaltes für dich. Das ist ein ganz bonnes Deck. Das wäre bitter. Witz, man hat's das Gefühl, drei Jahre nichts Süßes gegessen und redet. Warte mal, ja und? Aber, ja ich darf ja aus meinen OG-Erfahrungen berichten. OG, ja. Junge damals, Digga. 1990 war noch alles anders, Mann. Schade. Da haben die nachkommen noch 2,50 Mark gekostet. Naja. Ja. Habt ihr wieder alle gewonnen jetzt? Ja. Ja, Flo, wie du das. Jo, Jo, Jo. Jo, 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 Jo. Du wirst was Besonderes. Du wirst was Besonderes. Du wirst was Besonderes. Und für mich sehen Kuchen auch als Süßes. Ja, ich habe aber außer Kuchen. Also so abgepackte Süßigkeiten, davon halte ich Abstand. Haschisch. Haschisch Kuchen. Ah, ok. Wollen, Doppelpiece. Doppelpiece Pudding, was geht's? Aber das Ding ist, bei Kuchen weißt du, was drin ist. Da sind keine komischen Farbstoffe oder sowas drin, sondern du... Wenn du den kaufst nicht. Ja, okay, wenn du den kaufst, aber du, also ja, gut. Ich pack ihn ja selber. Ich brauche ja keinen Kuchen. Also Kuchen kaufen wir Schmutz. Das ist richtig. Weil, der andere Kuchen steht ja schon wahrscheinlich aus den 90ern da. 7 Millionen Konservierungsstoffe drin, perfekt. Der Rhein-Bain ist gut gegen den Ballon. Das ist true. Ich glaube, deswegen wird er auch gespielt. Ah, gute, diese. Du backst auch nicht, ich back auf nicht, ja klar. Lass es auch nicht backen. Ich gehe rein. Oha, der Boss. Oha, Karuso, was geht? Ja, aber warum weißt du überhaupt, Karuso? Was das überhaupt für eine Vorurteile ist? Was hat er geschrieben? Ich habe mich mit meinem Zuschauer gefordert. Was hat er geschrieben? Du backst aber auch nicht. So, oh. Für mich. Ja, da kommt meine Kompilanz genommen. Karuso riecht dann einfach. Man riecht, ob du die Backer-Gene hast oder nicht. Ah, was bist du denn für eine Graveyard-Freeze oder was? Ey, Kompfil-Kuchenback brauchen wir jetzt nicht krasse Gene, oder nicht? Hallo, bitte? Mach kein Auge jetzt, bitte. Da gibt es Anleitungen hier, oder? Konzentrier dich. Kuchenback ist wie Schankaufbau und so. Ah! Wow, wow, okay, das ist jetzt aber disrespektvoll. Aber, da kann er auch noch Liebe reinstecken. Dann kommt was Besseres raus. Kannst du mal bitte Liebe in deinen Clash-Frage-Gene verstecken? Ja, nee, lieber nicht. Ey, wie cool du hast gemacht. Ja, was macht er? Was macht er denn? Ich weiß auch nicht. Na, gut, nee, du. Safe. So. Ich sehe Flomby, Big Spin und Morten im Bug-Stream. Ja, nee, kann rum. Ich glaube, das ist nicht so. Nee, Digga. Das würde... Also, wir haben schon... Big Spin und ich habe schon mal gebacken und Morten und Sam auch. Aber ich glaube, mit Morten und Big Spin... Fuck, er aktiviert King, wenn das nicht dumm ist. Ah, er ist dumm, schade. Na gut. Ey, so schlecht waren es der wohl dich nicht. Ja. Der hat abgeliebt. Ich habe die Feier, dass du irgendwie Mehl auf mich gekippt hast. Das war nicht so geil. Digga, das passiert die Besten, ne? Nein, es ist bei mir... Die King ist aber nicht frei, was getötet ist. KB hat die Faser für Sekunde halt aufgegessen. Ich möchte einfach runter... Ah, so macht man das. Natürlich. So, selbst wenn, so. Sven, der King geaktiviert hätte. Ja, selbst wenn hätte ich jetzt gut schauen. Ja, ja. Ja, Bugs, wie bei 10.000 Zapps. Let's go. Alter, wem Plaknik-Spin. Holy shit, let's go. Ich bin's. Spin. Jetzt wieder vier Matches, wo wir dann hoffen können, dass irgendjemand scheitert. Ja. Einfach scheitern. Einfach scheitern. Endgültiges Scheitern. Ja, einfach scheitern. Habergeist, 666, ist frisch dabei. Danke dir, Habergeist, für deinen frischen Pfeil. Vielen lieben Dank. Ey, du hast den gar nicht probiert. Wie würdest du sagen, der war low? Der war geil. Wahrscheinlich einfach, der kann man versiebt, was hat's. Ey, der spielt das Deck, glaub ich. Mega RG. Ja, mehr viel genug, let's go. Richtig. Kann auch Mega Ritter sein. Ja, Mega Ritter, okay. Schwierig. Das ist mein Deck wahrscheinlich. Eberabs drauf oder so? Eberabs sind so scheiße gegen X-Bogen. Wie kannst du denn nach einer halben Minute schon zwei Tessels auf dem Feld haben, Mann? Bist du nur leidisch. Geiler Feuerball. Keiner PX-Bogen mit dem Tessler am Boden dran. Ja. Seh ich mich lieber auf so einen Fuß. Oh Mann, Alter, das seh ich doch von... Das sah ich doch gestern im Titeltext, Alter. Oh ja, Digger, boah! Dennis, siehst du das? So geil, Mann, einfach zwei Tessels auf dem Feld. Das war's. Das war's. Bodenlos. Alter, ein X-Bogen holt den ganzen... Es ist einfach bodenlos, weißt du das? Oh mein Gott. Das war's. Okay, super gut. Soll ich die Ebermx-Bogen oder Gift? Natürlich, gerne. Baby, Digger. Gift. Oh Mann. Arme Deutsche. Schau dir mal. GG, GG. Jerson oder Yasu? Was? Jerson, oder die Springen aus Jerson, Jerson oder Uyassu? Jerson. Jerson hat nicht mal Top 30 für Jerson. Jerson ist Tess, das Probe. Wir geben sechsmal einen Stern für Uyassu. Okay, Miff hat gewonnen. Jetzt ist Morden Royal dran. Vamos. Läuft das nicht sogar fast besser als das letzte Mal? Ja. Vom Feeling her, ja. Oh, ich geh schneller. CC. Ich könnte als da ein Def liegen. Echt? Wer ist, keine Thesee. Boah, E-Golem. Einfach verplegert, die bist so kacke im Game. E-Golem. 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 Wie nice. Ja, jetzt ist einfach schon Half-Life. Oh. Das ist alles heiß. Und du hast Rocket und das wird ihm so nicht schmecken. Oh, Morten. Was? Fack mal, wir haben ein paar Sachen nicht gekauft. Konzentrier dich. Egal, Rudi, das ist Kollege Tesla. Warte, das war's dann. Ja. Aber die Rocket war cool. Ja. Ich spiele auch einfach mit Hunter und Skelett. Ah, das macht ihn sympathisch. Ja, bitte. Naja, er erklärt mir nicht so lange auf dem guten Level. Er erklärt mir überhaupt gar keinen guten Level. Was gemein? Wie gemein. Jo, Kleiner Boy, Doppelpiece, was geht? Welche Steak kann man in den Mgt? Ich glaub, das ist von Gehner. Ja, ja. Nein, das ist Darkshit. Wenn du das Spiel zerfüllst, verlierst du Instant. Kamera geht, ja. Die setze ich jetzt. Mhm. Einfach auch auf alles. Und er hat verlobt. Und nee, du, du, du. Nein. Ich hab nur noch auf dem Film einfach. Jo, darf ich jetzt ein Hunter rein, oder? Nein. Ich trage ich einfach auf. Ja, das war's. Hey, du, Alter. Holy moly. Okay. Schönes Game. Ja, we're played. We're clashed. Hey, du, und das war's. Also ich muss sagen, Team M&M ist mir mit Abstand umso partigsten von den Decks her. Okay. X-Bogen und... Weitest denn Testers und werfen Raketen rüber. Man muss dreckig sein, um was zu gewinnen. Ah, okay. Ah, das muss man. Ist das eine Regel? Ja, ja. Deswegen ist man auch washed, wenn man washed ist. Richtig. Das ist schon nachts schon innerlich Sinn. Nein. Let's go. Die Melone. Okay. Nicht die beste Starter. Let's go. Einer meinem Chef sagt zu Big Spin, shut the fuck up, you play in Graveyard. Warum ist er so sauer? Ist er deutsch? Ich weiß nicht, er steht auf Englisch. Muss ja eigentlich sein, sonst hätte er ja niemals das verstanden lassen. Hilf er die Bats? Nein, wer, das blockiert das jetzt? Oh, Mann, das ist unlucky. So unversiegt. Hätte der Win sein können. Das hätte der Win sein können, wenn die Bats das blockiert. Hey, aber das ist einfach überhaupt eine Niederlage, oder? Äh, Milan 2 in 7. Wir sind im 9. Mäußer. Danke für die Niederlage davor. Geht raus. Hecker, dude. Danke dir für deinen Mord. Und ein vielen Dank. Oh, mein Kopf. Gerne, gerne. Hey, du hast einfach gewonnen. Reingekoppt. Oh, Mann. Du hast schon wieder gewonnen. Die letzte Karte noch wieder. Rage. Ich finde es gut, wie er in dieselbe Länge geht. Der baut hier so einen Pusher auch jetzt. Es ist mir so leid, ich bin da. Jeder ist jetzt echt nicht. Okay, jetzt Karl. Karl ist einfach reingekoppt. Ja, Karl ist gut drauf. Feier ich mal da. Ich bin mega froh, Karl ist in der Maschine. Josue, Josue. Der macht irgendwie nichts. Jo, da gibt es einmal Lava und einfach so. Ja, einfach mal da unten in die Mitte. Ja, ich hatte ja sogar ein Grab schon auf dem Feld. Ja, komm, Liga. Ich hätte doch einmal Lava und Runebrücke machen. Okay. Ich finde diese Lava-Face, man ist doch mal so. Oh, geil, 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 geil. Mann, wie krass du. Oh, ja, komm. Oh, Junge, das ist doch jetzt schon ober, Mann. So, wayplaytime. Ey. Das ging fast, holy shit. Mir selten, das ist ein Feuerball. Oh, nee, nee. Komm, Bruder. Ich hab' ich flex. Noch nicht, noch nicht. Ja, okay, so wie du das. Jo, ihr Lava ist so heutig, Digger. Ich hab' dir einfach nur ein Played so. Ist so abgefangen, weil ich mit ihm jetzt geben zucken. Okay. Habi, Lolf, ist das der echte Habi? Nein. Nicht so gut. Naja. Habi aus Trade, Digger. Kann er geht auch hin zu liegen. Weil das jetzt im Winter. Oh, 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 oh. Ja, ein Megaretter. Wir probieren. Boah, geil. Nee, die war es, glaube ich nicht. Du brauchst du doch klar. Das hätte doch gedacht, diese. Also, sieben. Keine Entfernung, der Geler ist aber zu liegen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich war es nicht. Aber, dann hat der Gegner sich geholfen. Ja, das ist der Uncounter, eigentlich. Ja, ich hab das ziemlich Uncounter gehört. Jo, jo. Ich glaube, der Gegner ist auch hart kacke. Kackepüß. Ja, ne. Solid, Floppy, solid. Wir gehen rein. Ich find's gut, wie der beste Gegner in der kompletten Challenge einfach das allererste Game war. Wie nice. Einfach E-Drian-Prinz. Cool. Naja. Na, Meute. Na gut, aber gut. Ob wir gestern. Wir schreiben, Leute. Wir freuen, Leute. Hast aber gestern auch zugegeben. Zumindest das Game verstanden. Ich bin gestern aber 0-1 gegangen im Global Tournament. Ey. Aber du hast mir ja mit dem Run rausgemacht. Und dann hast du ja auch mit dem Akten. Oh, 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 oh. Ich hab' ja im Kackepüßenspiel, weil man dumm ist. Ich brauch's nicht so gut jetzt. E-Drian-Moderwitch, das gefällt mir aber. Ja, Motherwitch ist gut gegen Graveyard. E-Drian auch, wenn ihr auch nichts winnt. Du bist so schlau. Wigst nicht bis sofort wieder da. Und wenn ich wieder da bin, dann hast du gewonnen, okay? Deal? Das wird nichts, ne? Oh, ja, 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 ja. Wie, das wird nichts? Wie will ihr euch einfach im Stich lassen die ganze Zeit? Das fällt mir ja irgendwie. Digga, das ist einfach eine Schweinarmee. Oh, das ist ein Leibling. So kacke, Digga, come on. Nee, du war auch hart, Scheiße. Das ist Chip. Nee, du war auch schlecht. Du kommst du den Chip an, der Chip. Alter. Ich bin, wie du spielst, gewinnt er das? Natürlich gewinnt er das, hä? Hä? Du bist ein Knechtgesicht mit seinem Deck. Hä? Da wurde ich gegen Berita. Er hat E-Giant-Lightning. Geht's jetzt rein? Wahrscheinlich, oder? Das war eine finktive Frage. Rhetorisch meinst du? Niemals, weil ich hieß denn. Bixpill und flobby. Jem. Karl und Sam und Morten und Matthew. Ja, warum ist er jetzt nicht? Oh. 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 Stirbt die Mutterhexe noch? Ja klar, die ist ja voll. Mhm. Naja, aber es waren nicht alle Ticks. Na doch, sie stirbt. Mit Waffe. Okay. Ja, sie lebt mal Wixpillen. Ich hab mal Wixpillen. Ich hab mal Wixpillen, Florian Stichstest und Florian Wixpillen. Ich? Mann, ich liebe Mutterhexe. Das ist so geil. Ohne Grund in EJ halt einfach geklatscht. Alter, wie viel Glück du hast blickst, wenn der den King nicht angemacht hat, ne? Ja, echt viel Glück. Auch bei dem Match hab ich sehr viel Glück. Ah, ne, ne, ne. Wappel raus. Also wenn ich das Wappel sehe, das ist halt doch schon wieder Bohr. Ja, das war völlig gelatet, Digga. Alter, krass. Die Mutterhexe. Wie kommt dir das an? Der Kate ist tot. Das ist dann verloren, oder nicht? Nein, ich zack. Ja, der muss einen zweiten Niche entzeichen und dann Blitz. Dann hat er eigenes gewonnen. Blitz. Wir haben Pokémon einfach Blitz. Kann er bitte Blitzen, Digga. Blitz macht Licht. EGS kriegt Licht in der Höhle. Nee, das war nicht der Leiter. Ja, aber immer noch ein Schwein, so ein bisschen. Oh, 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 oh. Ist doch der Motherworld schon die Britz, oder? Ja, wieso war das nicht der Leiter? Nee, hat er gewonnen jetzt. Hat doch Nado noch nicht. Ich weiß nicht. Nado das. Nado. Nein. Ach, nee, 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 nee. Ich hatte es gerade, glaube ich, verloren, ehrlich gesagt. Er hat gechockt, ach ja, nee, geil, ach nee, ach nee. Ich werde doch gechockt. Ja, Naki. Wobei. Ja, wobei. Boah, er hat die Spiele. Jumbo, die Karte hat nicht recht. Jumbo, das ist mega von ihm. Jumbo, das ist mega von ihm. Jumbo, das ist mega von ihm. Ich hasse sie so sehr, wirklich. Ich hasse sie so sehr. Ich spiele echt wie dünn Schiss. Aber es ist okay, er gewinnt. Ich hab die Leiter, Jumbo. Oh. Oh man. Ja, aber. Ja, Bruder, ich spiele gegen E-Giant. Ja, Bruder, ich spiele gegen E-Giant. Ja, er verliert ein bisschen so seinen Vorsprung. Ja, bitte komm, er ist E-Giant. Sein letzter Damage war vor zwei Jahren oder so. Und die wirft ja nur Lightnings irgendwo im Moment immer auf. Das war keine Karte. Leitning. Kaum sieht das so. Nee, du hast ihn ja für Bixfin. Obwohl... Warte mal gut. Ja, der Gegner gewinnt jetzt oder nicht? Ja. Na. Na, ne. Ey, er ist so shit. Ey, du clashed grad sehr gut, Bixfin. Ey, du clashed grad sehr gut, Bixfin. Ey, der ist so unfassbar shit. Das ist wirklich der Wahnsinn. Oh, Mann. Oh, Mann. Der Fischer! Der Fischer! Der Fischer! Oh, Mann. Jetzt ist was der Leitling! Der Leitling! Der Leitling! Och, Mann. Dreimal die Unum nicht getroffen mit dem Blitz. Der hätte schon... Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist so kacke. Oh, das war wirklich. Das hätte der Gegner nicht verlieren dürfen. Natürlich nicht. Das war ein Free Win. Hashtag meine Meinung. Nee, der spielt das Gegner nicht. Oh, Mann. Gott, Digga. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Alles war schon ein richtig starker Clash, Mann. So ein scheiß Gegner. Oh, Mann. Gott, Alter. Ich musste so schwitzen gegen diesen Knecht. Wahnsinn. Wer spielt jetzt? Matthew. Alter Lachs. Matthew ist aber 16 zu 0. Das macht mich sauer, der Ina. Zwei Spieler sind zu 0, oder? Ja. Big Spin auch. Big Spin auch. Big Spin auch das letztes Mal schon so stark gegen... What the hell? Du bist so krass. So krass. Matthew wird das jetzt... Matthew wird... Ja, das gewinnst du beides auch nicht. Das ist eh Giant. Ach so, ja, ja. Ja. Das gewinnt Matthew beides. Was verliert Matthew überhaupt? Was verliert Matthew überhaupt? Was verliert Matthew gar nichts. Gehirnzell beim Zocken. Ah. Der Jera verliert, ja. Das auch. Sag Nita als Spieler. Und ein Graveyard-Spieler. Äh, ja. Was ist das jetzt hier? Graveyard ist kacke. Du hast so gesehen, die Mutterhexe. Du kannst, du kannst meine Karte gar nicht in fronten, so. Früher hieß es immer, öh, der macht immer damage. Aber jetzt, öh, der macht immer 10 Piglets für den Gegner. Ja, aber nicht jeder spielt Mother Witch. Ja, das ist ja deine Schuld, dann. Ach so. Aaaaah. Da gibt es Rocket. Aua. Alter, das war gar nicht für euch. Ähm. Findest du dir eine Bits? Morgen, Tobi, Abi, Hasen. Aber er ist guter Cash. Ich bin bisher nicht so schlecht, ja. Schreibt, ähm, also bei mir hat einer Fehler gemacht. Ich kann nicht nur einen Patzer. Landesverfassung und Bundesverfassung auseinanderhalten, wenn du im Gesetz nicht bekommst. JAPANZA! Zweites. Ähm. Auf keinen Fall auf Schmierblätter schreiben. Das sind die beiden großen Fehler, die... Und Japan, wichtig, ist kein Entwicklungszahn. Merkt ihr das auch wieder in der Kursu. Das sind die der großen Fehler, die in meinem Kurs vorgekommen sind. Aber ich wünsche dir viel Erfolg. Hä? Hm. Der Charmschlecht ist doch alles gut oder nicht? Der liegt ein bisschen. Ja, alles gut, ne? Der Matthew hat das einfach... Das ist halt so ein E-Giant, den spielt man nur, wenn man keine Ahnung hat, wenn man so was, was man tun soll, oder nicht? Der Tester-Clean-Ding jetzt? Ich kann denn durch Tester-Ice-Wire hier eine Idee. Mann, Matthew, kannst du faire Decks spielen? Der Stack ist aber broken jetzt hier. Ja, das ist ja das Problem. Das unterbindet den fairen Wettbewerb. Verstehst du das? Deswegen wollte ich direkt mit Matthew spielen. Drei Minuten Schuppeln nixer, das ist halt schon heftig. Aber ich glaub, der wird nicht mehr werden. Ah, das ist schon geil sein, auch. Egal, die Gegner. Egal, juckt eh nicht. Es gibt Kompi. Einmal die Tasche. Ich weiß nicht, was macht der Gegner, glaub ich, er kann, wenn ich gegen schlechte Gegner spiele. Ich spiele nicht die Scheiße und gewinne trotzdem fuck das nicht mehr ab, als wenn ich gegen die Tür füge. Also, mir ist eigentlich egal, sobald ich hier den Tester drin hab, bin ich auch gefuckt. Guck ich dieses hässliche Mistgebäude auch einfach mal an, Junge. Das macht schon so'n unsympathischen Ersteindruck. Schon die Optik stimmt nicht. So'n Bomber drauf, der lacht, so das ist nice, der freut sich. Und Grafer zum Beispiel. Grafer macht einen extrem neisten Sound. Ja? Aber, Tesla. Ja, aber. Dinger. Du bist ein sehr guter, aber sehr gemeiner Clasher, Mephi. Der arme Gegner, wirklich. Der arme Gegner. Mephi hat nen Disconnect. Mephi hat nen Disconnect. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mephi hat nen Disci. Also, Hater würden sagen, das geschieht ihm recht. Nein, ich bin Disconnect. Was passiert? Ich hab uns gut zugeguckt. Ja. Alter, einfach Disconnect. Das ist das Karma für das Deck. Das passiert. Lassen wir das trotzdem zählen oder nicht? Ja, natürlich, hä. Sollt ihr hier. Oder seid ihr anderer Meinung? Ja, klar hab ich andere Meinung, aber was ist das denn für ne Frage? Was meinst du jetzt? Ich weiß nicht. Sagst du, sagst du möchtest wieder Freematch machen? Achso, scheiße. Ne, du bist ja ein M&M. Du bist ja lost. Das geht doch nicht. So. Hä? Ja, ich hab grad ein bisschen gestrubelt. Junge. Das ist so geil. Also habt ihr jetzt auch Niederlage, oder? Oder nicht? Klar, natürlich. Klar. Ja. Okay. Kannst du ja nicht rückgängig machen. Bei fünf Minuten hat man einfach... Wir gehören trotzdem, da kannst du die besten Deck auch. Das ist echt so schlecht. So schlecht eigentlich. Ja, den Nadeau auch kacke, aber das sind wieder... Ja! Einfach sieben! Armturm. Richtig. Also ich würde theoretisch noch sagen, dass wir das nicht zählen lassen, aber... Boah, der ist so hart. Nadeau, aua. Ja, komm ich nicht einen Spieler. Was willst du jetzt von mir? Komm. Also wir können es auch... Wir können es auch zählen. Wir können es auch zählen. Dann müsste Matthew heute noch ein Match machen gleich. Ja. Wie ihr wollt. Lasst uns das gleich nach dem Match betrinken. Das war schwierig, so... Dann zählen dann auf Draglish. Kannst du ja dann sagen... Nein, das zählen nicht. Das zählen nicht. Geht nur um Disco-Links. Obvious Disco-Links. Nee. Fick dich wegen deinem Steam, ist meine Kohle ausgelaufen, weil ich deinen Steam geguckt habe. Geil. Ah! That makes a lot of sense. Da hat er ja eigentlich hundertprozentig gewonnen, oder nicht? Ja klar. Ja, okay. Ich habe nichts gegen den Match. Ja, okay. Dann im Match. Boah, ich nehme im Match. Wenn es jetzt irgendwie so etwas umgewiesen wäre, wo du sagst, er hätte vielleicht verloren, oder so, dann... Das ist was anderes. Aber der einzige Nachteil ist, wenn du heute Papier lang hast, hast du trotzdem wieder und dann hat das Team verloren. Ja, aber... Es ist jetzt nicht schlimm, weil Matthew... Ja, genau. Matthew steht 0-1 jetzt. Also, ja. 0-1 wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Gibt das gerade. Hey, Brudi, alles gut. Wir haben überlegt, was wir machen. Wir hatten verschiedene Möglichkeiten und haben uns dann diese entschieden. Holy shit, wie... Ey, ohne DPS habe ich nur durch das Deck spielst Morten und in Rocket War Cycle, das steigt kurz mein Puls. Es ist so unbefriedigend. Aua, Alter. Aua. Boah. Danke, ja. 88. Okay. Ähm, wer darf ins Game? Matthew nochmal, oder? Matthew nochmal. Matthew, bist du da? Hallo? Ja, klar. Ja. Hätte er gewonnen, Raptor. Hey, der los ist bei mir gar nicht lange Zeit, dass er verloren hat. Vitali aus Team Strong. Für mich auch nicht. 16-0. Ja, wahrscheinlich ist das Game tot oder so. Ja, das ist ein Bug. Ja, sowas erwartet. Die Server nicht mehr geben es tot. Habt ihr schon House of Scales gesehen? Neue Staffel? Nee, oder eigentlich meine? Nee, klar. Aber ich habe es heute nicht angefangen. Wie, du hast jetzt erst damit angefangen? Ja, ich bin halt ein Spätsünder. Nee, egal, Alter. Einmal soll du seine 20 House of Scales wiederholen. Nee, egal. Du willst im Block noch mit C anfangen, aber wer bist du? Spaß, ja. Ja, mit an. Mach jetzt kein Auge. Weiter, wie die Runden kommt. Ja, egal, sehr. Kommt man hier zurück? Ich weiß es nicht. Leute, Raphir, bist du in der Lage den King Thorn zu aktivieren gegen Baby Drang? Ja, wenn der sich entkommen lässt und sich eine Melde drauf macht. Der Gegner ist nicht schlecht, wie? Vitali? Hm. Nicht der ist Vitali? Das ist ein deutscher Lund. Der muss ja eigentlich aus dem Team. Das ist Surt Defekt zweiter Count. Surt Defekt plant sein Comeback. Surt Defekt Vitaille. Sein siebtes. Er hat jetzt ein paar Leute in Frankfurt in Toilette getrunken. Ja. Der ist so enteimanisiert. Endeimanisiert. So geil. Er will jetzt Titan, Mann. Irgendwie will ich einfach, dass wir weiter machen. Wie kannst du denn mit einem Bar Barrel einen X-Wogen nicht treffen? Das ist ja so dumm. Der Arme. Aber es ist halt jetzt unnötig vieler Damage. Das ist halt so viel. Die Situation, die wir hier, in der sich Matthew befindet, ist extrem geil. Schönste Tests auf der Welt. Er kann jetzt, er könnte jetzt theoretisch autark leben. Er könnte jetzt einfach seine eigene Energie vom Feld beschwören. Noll. Zählt das Game jetzt? Nein. Er spielt ja noch ein Game. Das zählt jetzt. Also das ist jetzt, was er ist. Das zählt jetzt. Verstehst du, Yana? Das ist so stark, Junge. Alter, fuck, Mann. Keep it up, brother. Weiß gar nicht. Mach ne, jo, gimme nicht. Jo, mit Gravius. Jetzt muss er Damage machen. Muss er Gas geben. Alter, Mann. Ey, was ist das für ein Gameplay? Ist hier so clean? So fresh und zu clean. Ist es GG? Ne, 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 ist es noch nicht GG. Das macht der Gegner gerade gar nicht so bad. Ja, okay, der Baby war jetzt nicht so nice. Ja, ich glaube, er ist so aufgepackt von Tessler. Ja, ja, kein Bock auf die. Der sollte mal langsam anfangen, einfach mal die ganze Zeit Graveyard zu spammen einfach auf den Turm. Sobald ein Tessler schon einfach Graveyard spammt. Ja, der muss einfach nur Graveyard spammen, danke. Kann er einfach jetzt rechts durchzeichen den Graveyard spammen? Ja, warum ist der denn längste Gegner? Ja, mach keinen Sinn. Bestimmt. Muss ja ab, aber auch nicht. Ich liebe das. Selbst den Graveyard ein. Graveyard Poison, Bro. Mach doch jetzt mal. Hallo, danke. Poison, 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 Poison. Oh, yes. Doch Junge, er rafft es nicht. Er denkt, er muss die Tesslers loswerden. Der kommt damit eh nicht durch. Na, wobei, Actually, mir viel choked. Aufwag beide Seiten. Aufwag beide Seiten. Aufwag beide Seiten. Aufwag beide Seiten. Elixir, Hilfe. Elixir, Hilfe. Das hat er Ritter. Ja. Ist er gewonnen, oder nicht? Ne, wenn er Ritterblock macht. Juhu. Kriegt das doch. Was denn, Junge? Kriegt er nicht zufällig, oder? Oh! Der ist Elixir, oder? Ich glaube. Setz den Graveyard ein, komm Junge, jawoll. Poison? Digga, der Typ hat gut geclasht. Ja, am Ende hat er echt gut geclasht. Jetzt lockert er, Digga. Warte mal. Ich hab' den noch rechts. Ich hab' den nicht, Poison. Oh, das wird so knapp! Blast ANG. Blast ANG. Blast ANG. Blast ANG. Blast ANG. NADO, NADO weg. NADO den Kram weg. NADO den Kram weg. Ach doch, nicht so NADO. Ich glaub, er wird gewinnen. Ja. Jetzt gewinnt das einfach. Oh mein Gawt. Oh mein Gawt. Das kann nicht sein. Oh Junge. Oh. Der hat den NADO verkeicht. Der hat den NADO später spielesst. Ja. Der hat einfach nur Poisons, aber er hat irgendwie nichts gemacht. Wer ist jetzt dran? Flobby, oder? Sam. Ich Sam. Flobby, bist du los? Bist du das? Wir sind ein Team. Das sind die Games. Ich hab ja was mehr viel mit dem gemacht hat. Der hat den JV. Geiler Name. Also wie er das noch gewonnen hat, dann zieh ich meinen Hut, Digga. Wie wir Löwen machen. Wir müssen zusammenhalten, wird recht. Richtig. Gut, dass du es dann auch verstanden hast. Richtig und richtig. Ich ging an Lightning. Big Daddy Jade. Ah, der hat Bock. Ich liess den Sweder vor der echte Pad, hab ich schon gesagt. Wir müssen kurz abgucken. So. Ist das Ravis Bruder? Guck mal, Flobby soll eine Mädchen stürmen. Keine Ahnung. Ah, genau. Krass. Die Kanone, Junge. Hä? Ist das nicht Lightning-Value ein bisschen? Ne. Ah. Weiß nicht. Ne, Junge. Ich hab mir letztens, dass die Kanone schon wie die so. Die Kanone. Hä? Einfach so. Einfach so. Einfach so. Einfach Kanone. Das ist aber irgendwie. Einfach so. Einfach so. Ich helfe die Kanone rein. Ich appreciate es trotzdem. Ich appreciate es. Hm. Ich weiß nicht gar nicht. Ist ein interessanter Stack. Ich bin nervig. Aber wenn er kam, du bist ein krasser Spielermann. Hm. Was heißt? Mana. Joichste ist im dritten Monat statt der dritte für deinen Lieblings-Capt Akali. Geil an. 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 Ja, was stellst du mir vor Fragen, Junge. Achso. Es sieht gar nicht gut aus. Kanone ist echt so schlecht. Kanone braucht mal einen Buff. Oh. Guck mal. Dein Typ Clash hat solide. Dein Typ clasht bisher echt solide. Warte mal. Er hat jetzt immer noch keinen E-Lug, oder? Weil der die Kanone nicht mit seinem Deck zu tun hat. Ja. Stell dir vor, wenn es Scally ist. Das wäre doch einfach mal eine Milliarde mal besser, oder nicht? Hm. Oh. Jetzt kommen einfach Proban rein. Oder? Der nächste ist nicht so böse. Ah, es wäre schon ein Joke, wenn... Wenn das... Wenn das... Wenn das... Wenn das... Nein, du bist nicht so gut, dass du auch noch gewinnst. Oh, Junge. Wie. Ach so, Wunsch. Junge, ach so, so spät. Ich komme einfach so als Support. So, AG-Kanone, Bridge. Ja, ist doch gut. Ich hatte nur nicht einen, der hat die ganze Zeit Inferno Tumoral Giant in der Brücke gespammt. Weil ich ja nur Damage gespielt habe und ich konnte nichts machen. Ja, ist halt gut. Kommt der jetzt mal ein Megaminin? Nee. Die Bode! Die Bode! Die Kanone! Die Kanone wird als Ritter und das geht. Diese Kanone, Alter. Die hat echt Unterhaltungswert. Wieso die ganze Zeit Kanone? Der tankt einfach so. Ritter-Nerd. Das ist echt chillig. Kanone, Digga. Das ist echt krass. Der spielt einfach anders als wir. Oh. Aber er gewinnt damit. Vielleicht ist er einfach im besseren Clash-Frawl-Universum. Kann sein, dass es sogar drei sein müssen. Drei was? Lightning. Achso. Ja, die haben wir jetzt einen Speil auf. Das ist einfach irgendwas kosten, oder? Pfeile, oder? Oder so. Keine Lightning? Nee, das müssen, zwei müssen reichen, Karl. Lightning macht ja über 240 Damage. Keine Lightning? Nein, nein, nein. Tournament. Okay, Kanone, Kanone. Komm, Kanone. Kanone saves today. Kanone wäre jetzt wichtig, jawoll. Let's go, rein spellen. Nein. Merke Chance. Hä? 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 Was, Digga? Was? Er hat Lock gehabt? Was? Er hätte... Oh, Gott. Ja, er hat Lock zwei geboren. Boah, dummi, dummi, dummi. Lightning ist jetzt dran. Das ist aber gar kein Bock mehr, Junge. Wie kacke. Wie dumm hat der das verloren. Das war ganz schrecklich, ganz schrecklich. Das ist ein wehgetan. Feuerball. Hat der was? Da war wieder Rainer vorm Touren. Das ist so ignorant. Stell dir vor, er hat den Spiegel gewonnen. Ja. Das ist halt einfach... Oh mein Gott. Warum beides auf der linken Lane? Das macht echt keinen Sinn. Oh Mann. Der hat so gute Karten, aber er hat verloren. Oh. Oh. Ey, Bruder. Du hast doch so gut angefangen. Warum lässt du denn so nach? Oh Mann. Alter, war das schlecht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin drin. Wir spielen, bis wir 5 Niederlagen haben, meine Söhne. 1, 2, 5 Niederlagen. Krass. Ich finde es bockt sogar noch mehr als Normal, aktuell. Ja, ich finde auch. Ich finde Sundin auch feiler als Normal. Another one spreads the dust. Ich finde es bockt aber was. Jetzt muss man halt größer warten. Es ist sehr unbefriedigend, dass keiner von euch Knechten verliert. Gerade weil wir halt auch zu 6 spielen. Du hast recht, Kai. Hast du dich auch gewonnen? Hast du dich auch gewonnen? Du hast auch schon Niederlage. Nee, nee. Er hat alles verloren. Das nur das allererste Game war, wurde verloren und dann? Ja, das allererste. Alles haben wir verloren. Stimmt. Seitdem hat keiner mehr verloren. Das hört sich wild an. Ich glaube, der Gegner kann nichts machen. Wenn du jetzt rein bist. Ich glaube, der Gegner kann nichts machen. Ich glaube, ich gehe gar nichts gegen Wainweider. Ja, hör über. Heute Montag zu sitzen. Ich bin wirklich cool. Ah, GG. Ja, Dino. Das heißt, wenn man raus ist, ist man halt raus. Das ganze Team. Ich habe schon zwei Niederlagen. Das heißt, wenn ich dreimal verliere, sind wir raus. Das ist bei mir auch ähnlich. Ein nicer Kame, Digga. Ist jetzt nicht Matthew dran oder wer ist dran? Let's go. Schönes Game. Er ist rein. Big Spin. Big Spin. Big Spin. Stimmt. 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 Okay. Na, auch Mystics Live. Komm. Gehen rein. Alter, zu Null sieht sehr, sehr gut aus. Und ab. Wir haben beide Null Niederlagen. Wir haben erst ab 12 zählt es. Die Niederlage hatte ich vor 12. Nur Team Big Spin und Bobby hat bis jetzt eine Niederlage. Ja. Was ist los? Ja, was ist los, Digga? Kommt hier, wir wollen. Und Magic hat einen Joker eingesetzt. Too easy for me. Es ist einfach ein Matchup, was sehr interessant sein wird. Ja, es ist ein Aids, weil es Graphic und Graphic ist und es ist ein bisschen nice. Big Spin hat das bei der Meet & Greek gegen den Zuschauer, oder? Digga, weil ich keinen Bock habe gegen dieses Scheiß Matchup zu spielen. Verstehst du das? Ja, alles cool. Es war auch noch Spaß. Wie geht es mir gar nicht? Ja, er fängt schon wieder an seinen eigenen Team mit in die Falle zu hauen. Ich glaube, unsere Mentalität ist nicht so broken, Big Spin. Wir müssen das noch lernen. Alter, aber White Plague país, Big Spin. Richtig stark gespielt von dir. Ja, stimmt schon. So ne, jetzt dürrst du mich verlieren, bitte. Was denn? Was verlieren, Alter. Ich bin kein riesen Grey Bear Fan. Okay, aber ich bin echt超席. White Plague, Fan One. Ich will mir gut essen, aber sollte zeitig passen. Ja, alle sind unfund. Kollege, im Fall. Big Spin hat ja auch einen Kugel gebacken. Sieht gut aus so Big Spin, oder? Ja. ich habe was mir dominiert das geld nicht gespielt aber naja das wenn der typ sein können hier umträgt dann würde das nichts werden also ist hier jemand gute chemie ich bin so krass wie manchmal einfach ein great hat komplett gar keine menschen dann random ja das ist so viel skelett das ist doch das geil eine karte da hat man jedes game jedes game was neues ist doch wohl erst manchmal war mega interessant weißt du weil dann du weißt nie ob es jetzt noch richtig ich verstehe es doch gar nicht was von hinderlich warum sich da so viel darüber auflegen ich meine das ist ein spiel du musst fahren haben hierbei da sagt der ex-bogen test der rocke Ja aber im Triple gegen Graveyard alle 10 Sekunden Graveyard am Ton. Ja stimmt schon. Durch Triple Spare hätte ich gepiegeloßen. Irgendwie war's das. Du warst das so flawless. Digga, ihr spielt so scheiße Digga. Mir wird die Deckplatz 18 gefinisht. Aber ich mag Leute die nicht Too Easy For Me im Namen haben und dann einfach komplett grottisch spielen. Das ist geil. Ich mag Leute die sich Killer nennen. Ich auch. Wer macht sowas denn? Seine Geburtstag noch rein. Sympathisch. Let's go. Richtig. Let's go. Sehr schön. Johnny hat was geschrieben. Gehe nicht wohin der Weg führen mag, sondern dorthin wo kein Weg ist und hinterlasse eine Spur. Ah. Das ist Matthew dann oder? Johnny what the fuck. That's the way it works I guess. Ja du hast recht. Ja. Willis Pony 2 ist jetzt die zweite Nummer schon. Schade. Komm, kann ich nicht mehr. Verheil dich trotzdem. Danke für den zweiten Monat. I'm sorry dafür. Tut mir grad live. Aber in Zukunft wird da vielleicht etwas kommen. Gegen Mausman. 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 Warum spielt ihr beide eigentlich so viel gegen Lockbait? Ist ja so ein Free-Word. Ist ja wirklich so ne? Doppelbait ohne Big-Spail das ist ja geil. Gut geclashed Matthew. Und Lock. Kann er eigentlich. Der kann auch nichts machen gegen gegen ZX-Fürmen oder? Ja der hat verloren. Oh Matthew du hast so perfekt geschrattet. Das ist schon wieder so. Das ist unglaublich geil. Das ist ja richtig. Ich mag das. Genau. Wollen wir alles. Ja die. Locken oben reißen und dann so. Jo. Kern oben. Okay. Er ist da Bridge und dann war's das auch. Ja aber Lock das. Lock gegen Lockbait. Das ist halt so dreißig. Das ist klapp, ne? Das ist so geil. Schwierig. Ja. Es ist auch einfach auf einem anderen Niveau was er hier clashed. Ich kann auch einfach hier zwei Clipen zeigen. Ja das ist geiler. Jaa. Wo die. Das ist geil. Das ist geil. Jaa. Wo die. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Morden und Menschen werfen immer Rocket auf den Tor und treffen immer noch irgendwas. Ey ihr seid echt mit Team M&M ihr seid Team Reulig. Ihr seid die P&C Pesso Cholera. Wenn ihr nur Team Rocket Cycle heißt. Das ist unglaublich. Das ist ein Team Geil halt. Aber auch mit Grund. Aber auch mit Grund. Raketen Cycle. Wie geht's? Du warst besser als er. Ja er gibt auch. Er hat ja keinen Bock mehr zu clashen. Er hat es so aufgegeben. Kann ich aber verstehen. Jaa. Wenn man gegen so einen Titan spielt ne. Ein Titan einfach. So ein Titan. Der Titan. Man kennt ihn. Endlich bist du auch ein Attack on Titan Fan Mountain. Let's go. Alter stark gespielt man. Stark gespielt man. Holy shit. Ich bin im Game. Gegen Hammer. Gegen wen? Hammer. 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 Jaa. Liegt. Einfach liegen. Jaa. Ich glaube einen schlechten Zeugel. Also ja. Nein. Er hat auch keinen. Kann ich mal Tick spielen. Hab ich hier schon gewonnen? Jojo. Na du gleich. Und dann machst du wieder. Egal. Also was wir heute hier zusammen clashen ist wirklich insane. Ich glaub der wird den Nado immer freezen. Ich wusste ich. Oh geil. Aber er hat so viel. Egal. Macht's halt. Das Limon aber war auch. Hm. Ich mags wenn Leute den Nado freezen. Ich mags wenn Leute scheiße sind. Was da. WES DAS. Der Bait alter. Volk von Toon. Pfff. Das muss ich mir ja anschauen. was schaue ich mir gerade an wovon werde ich hier zeuge ich habe dieser typ kommt gar nicht darauf klar dass er gerade verliert ich glaube der würde sich so das auf jeden fall nicht bitte kann einer von euch einfach weg wechselt es ist so ruhig zwei folgen dieselben schutz zu sehen das ist so ja schwierig Oh, mach doch keinen Daumen hoch! Warum denn Insospekt? Ja! Wie stehst du jetzt eigentlich? Es hat noch niemand verloren, außer das erste Spiel ich. Das heißt 0 0 0 0 0 0 1. Ich bin dran, oder? Jetzt weiß ich, wie es steht. Danke dir. Ja, bist du, oder? Ja. Okay. So, Geist Game, völlig danke dir. Es läuft halt echt sehr, sehr gut. Wieso sind, wieso seid ihr vor mir, obwohl ihr, achso ihr habt mehr Kronen. Ne, macht keinen Sinn, hä? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Tire Breaker ist. Manche haben gesagt, irgendwie Anfangsbuchstabe, andere haben gesagt, wer... Anfangsbuchstabe? Was? Also, da wacht er gar nicht. Der Weg will auf Gaia und ich bin in One Royale. Ich glaube, es geht einfach um die allgemeine Qualität. Ah, haha, so. Safe. Was macht OPX Melon Boy jetzt gegen die Bowler? Ja, okay. Was machst du denn Kickdown? Ah, ganz gut geclashed. Der kommt noch Pickett. Der Baller. Der Baller. Der war's nicht. Der Baller ist so schlecht gegen Prince. Echt? Was wusste ich nicht? Er Dark... Nee, ich würde ja den... Dark Winter... Er hat mehr Games gemacht, aber kann ja nicht sein, dass ja jemand mit... 30, 5 besser als die mit 30 Höhen. Das ist eigentlich ein bisschen nervig. Ich hab' noch nie einen Baby Dragon gesehen, der den halben Tower geholt hat. Holy moly. Holy moly. Holy moly. Ich hab' noch nie gesehen. In Freie WK. Die sind einfach alleine grad Damage gemacht. Alleine. Und einfach über 1000. Gefällt mir nicht. Das heißt, der Elektro Drinken ging ein bisschen schockt. Ja. Ichって I... elmang. Äh. Kannst du nochmal Sch- schockt sagen ein bisschen? Sch- sch sch- schockt. Schockt? Schockt. Mico. Hein mir auf. Kein Herz für X-Buchenspieler. Aber noch ist der S-Buchenspieler verloren. Das ist mir wichtig. kann der junge aufhören die lös von bald ist nikolaus abend damals zu spenden also zwei türmen gleichzeitig zu bekommen vom gegner es ist so selten das ist noch seltener als dass dein eigener und sein turm gleichzeitig fallen dann gibt es irgendwie geschafft auf ihre kronen geschwitzt dass sie jetzt hier oben der erste platz der erste platz hat 37 39 kronen ja bitte verliert ein abo bitte das habe ich jetzt doch gekommen recht kannst du aufhören mein team kameraden eventuell nein der sepp ist der kann sich das kann nicht sein das gibt es doch nicht kein feuer beim zeit geht aber geht trotzdem rein das war das jetzt schon mal grab stellen das war es schaut eigentlich ich bin bereit ja ich bin zu gut aber wird jetzt ein feuer beim verhinders der ballon getroffen oder nein jetzt die ganze auch an der brücke das hat richtig einfach richtig weg ja ich weiß nicht ob das verdient war aber das gewollt danke danke ich bin sehr sehr schlutzig gegenüber des gameplays das floppy dran der einzige in der niederlage bisher auf jetzt hallo du musst dich jetzt konzentrieren das weißt du weißt es geht das spiel echt nicht schlecht alles gut wie verzeiht er das kug ist elixier nicht schlecht wenn ich mal das spät stirbt ja die stürme stürmen gewinnt das ich bin mir sicher ich bin mir auch sicher der team spielt echt gut wir müssen uns konzentrieren ist komisch ja aber er spielt nicht schlecht er hat auf jeden fall den sieg verdient die mutter hex ist komplett besoffen also ja und die mutter hex macht nicht das was flobby will das ist gut vom gegner ja ja also ich bin ich stark ist die nächste valnus please ist stark ja alles gut die tank lang genug die musketieren killt alles diese freezes die sind so nah die valnus rein bitte bitte wenn er eine valnus hat gewitter ist ich habe ihn neulich schon mal gespielt ich weiß nicht wo ich erinnere mich an den namen ich weiß nicht wo ich den gespielt ich weiß nicht ob es leider war oder so aber der typ ist solide ich erinnere mich an den namen wer war denn das ist doch die e-sport oder so Junge wie op der war ja abroben clash community ich krieg halt wieder die krassesten clasher ab ich weiß es nicht man die genere typ man aber du bist auch ein krasser clasher ist doch fair dann aber nicht ja er war ein bisschen krasser in dem game aber der start war auch wieder echt perfekt man ja ich hasse halt den überraschungseffekt von das ist nur mit parten das ist nur mit parten oh mein gott oh mein gott die aufgelöst tenokers tenokers auch nee wie wir das beläschchen die ganze Zeit rose snowball auch mein digga auch nie oh oh du bist so geil du bist so geil so für mich ja das hechte die gegen sound grösten borten als das glück Hallo 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 bigspin ich bin ein Kabel ich bin schon mit ein bein Ich hab da einen Kahn und dann scheiße ich auch noch. Oh. Ich hab da einen Stimper connected, der hätte ja Snowballen können. Ja, das war unverdient. 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 AK Syndicate. Echt mit Rale, kennst du ihn. Er ist nicht aus Kammel. So, Alter. Weiß nicht, möcht ich jetzt nachschauen. Ice Boom Hurricane bleiben. Wie ist die Check aus, der Gegner? Hacker Ice. Hacker Loon oder was? Jetzt nochmal das gleiche Deck, komm nochmal, boah, bepasset der Deck. Das ist ja das Anaband Deck. Sieht so aus, ne? Das wäre gut, wenn das Anaband Deck ist. Oh, gut gefällt mir immer. Zodiac ist Gott. Ist im 20. Monat. Hi, hi Zodiac. Danke dir für deinen 20. Vielen Dank für deinen Support. Anaband Deck ist... Alter. Das ist grad nicht so gut. Ja, ist das Anaband Deck. Anaband Deck muss man halt richtig gut sein, um das spielen zu können. Ja. Oh! Jetzt ist das vielleicht an Emryk. Die Double-Testlastung. Aber Emryk, Digga. Das gibt kein Felsen, Digga. Gleich kommt dein Amtschöner. Matthew hat 99. Null. G-G-G-G. Das ist Toxic, aber ich durfte doch auch Toxic sein. Hast du mal sein Deck gesehen, Alter? Hahaha. Beleidigt. Was? 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 Nee, du Mephi! Pass drauf! Mephi! Alles gut, Mephi. Fehler passieren. Ey, Digga. Ich wollte... Ich wusste so, er wird diesen Freeze bringen. Und ich hab so gehofft, Blitzel Freeze doch früher. Baby, und dadurch bist du wieder Back im Game. Nee, wir müssen das jetzt erstmal kurz saveen. Ich muss jetzt hier erstmal kurz... Oh, was bist du denn schon wieder für einer, Mann? Mephi! Nein, nein, nein. Von da kann man den King aktivieren. Wenn er gleich wein geht... Ja, tolle Wurst. Du setzt X-Burger... Setzt nachher bis dahinten der rechten Ecke. Der kann den Loom-Baby dann gewusst werden. Jetzt geht er unten. Und der auch kommt... Irgendwie läuft gleich. Einer fliegt so hin. Ich stehe hinter jeder Entscheidung, die Mephi macht. Und das ist ne geile Entscheidung. Ja, Mephi! Das ist ja richtig geil! Das ist ja richtig geil! Bitte! Du wirst dem Mephi frei entscheiden, was du machen willst. Ja, Junge! Mephi hat seine Meinung. Wenn die Meinung heißt, gehen Sie bei X-Burger Akemen zeigen, dann stehe ich da auch hinter. Es könnte interessant werden jetzt. Kommt jetzt ein Lambaloo? Es spittet den Pressure ein bisschen. Ja. Ja, das ist gut. Okay, das wissen wir noch nicht. Ey, die Rocket muss man aber nicht haben, die Rocket. Ist okay. Ja, fuck. Ich meine, auch so gewinnt. Ja, solange der Tesla auf dem Feld ist, ist die Welt in Ordnung. Was ist denn eine Elixier-Hilfe? Ja, ich mag ja Tesla, Nedo, was sollt'n. Sorg mir. Ich muss, ich muss mal Reket hier aufhören. Äh. Ja, was sollt'n schief gehen? Digga, du kannst ja Glied ins Lichtsau und gewinnt das. Mit der Flucht ist es nicht so wunderbar. Helikert. Alle Karten werden halt genervt, die Töme und Tesla werden nicht genervt. Das ist das Elixier in der Front. Mit Grund. Jetzt komm jetzt, ja! Ah, gefällt mir. Rein, 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 rein! Bies oder so. Komm, Sepp! Sepp da ist, hallo! Das ist ja neuer Packer am Augen. Ja, bitte. Braucht mich an die Brücke mit dem? Jo, ich hab's Spaß gemacht. Nein, niemand! Ich will dich. Ich check's nicht. Ist doch geil! Mann. Es ist dreien die Tesla Action! Ey, das ist weg, das ist nicht cool. Ach, warum macht der nicht mal da einen Hit, Mann? Was hat er probiert, so? Mach den Hit, mach den Hit, Päcker. Offensiv bei X-Bow Nr. 1. Nr. 1. Ja, stimmt. Ja, Baby, absichern! Ja, man kann dem Gegner ja keinen Vorwurf machen. Sollte er mehr für Loosen. Sollte er mehr für Vorwürfe machen. Super Deck. X-Bow Nr. Ja, mit der Viya sind wir auch so... Ja, das sind sie. Interessante Scheiße. Ach, ach, ach. Ja, warte mal, warte mal. Ach, die Junge. Das ist immer nicht wieder. Warum napelt der eigentlich nie? Nr. 1. Mal in den Tecker rein. 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 Nr. 1. Mal in den Teckerías thinker oder er kann... Jo, er ist sauer Digger! Yay, noch ne Raketen! ên Wer noch wie sauer ist. Katastrophal... Katastrophal, wirklich. αι Aber lustig gegen der Chaos. Ich hasse es nicht. Ich geh ins Game. Tun Sie dies! Das war das längste Game heute oder? MiNNELO oh nein! Ich glaube nicht dass jemand schon so lange gespielt hat. Ich will aber Locked spielen. Ich spiele auch Swell Cycle. Was ist das für ein Cake? Geil. Das ist ja mega neuer. Swell Cycle gegen Swell Cycle. Ich fühl's echt. Das kann doch echt gut sein. Ja, würde ich die sehen irgendwie. Wenn der Gegner einfach als ersten Raketen wirft. Ich weiß nicht, was er spielt. Welche Rakete werfen. Okay, dann mal machen wir ihn rein. Oh mein Gott. Aber sogar beide mit Poison. Okay. Wer spielt das besser? Wer macht mehr Raketen? Wer spielt das besser? Jetzt Ketten, dann kommt einfach kein Nice mehr. Einfach direkt Rakete. Lock aufm Turm oder so. Oh, die sind noch unterher. Oh. Unter im Griff. Aber er hat keine Raketen. Ah. 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 Geil. Der von euch beiden sieht geil aus. Ja, cool. Das ist mega close glaube ich. Boah. Boah. Ich hab die Frage, ob jetzt Lock, Poison Rocket und dann ob's ein bisschen Miner reicht. Oh. Oh. Ne, Poison werfen. Was ist denn das? Ich hab gar nicht hingeguckt. Was denn das für Dockshit? Was denn das für Dockshit? Poison. Poison Rocket Lock könnte reichen. Aber Piers Fels hier auf den Turm holen kann. Das ist ein Miro-Match. Poison Nass. Er muss zuerst Poison spielen, weil Poison... Nein. Er muss zuerst Poison spielen, weil Poison... Nein. Oh mein Gott. What am I witnessing? Digga. Das kann doch nicht wahr sein. So gut wie ETF. Ja, Mann. Geil. Junge. Zehr mal Bock. So. Wieder rein. Ey, der Typ ist auch so kacke, Mann. Junge. Team M&Ms ist einfach so geil. Halicin. Wie kann man, wenn man Spellbait spielt, nicht wissen, dass ein Poison länger braucht als ein Rocket? Wie kann man es nicht wissen? Verstehe ich nicht. Aber jetzt wäre das eigene Spiel. Oh no. Hilfe! Was, wenn der squeezt? Was ist denn jetzt für den Deck hier wieder? Er ist doch mit der Füße und hat... Schaffst du das? Warte mal. Rompizam. Die Scheiße ist am Dampfen, Pudi. Rompizam. Scheiße. Die Scheiße. Ich weiß nicht, wie es ist. Einfach ganz gleich. Oh, ey. Ich weiß nicht, wie es ist. Ist irgendwie komisch. Er lässt es zu. Ist einfach okay. Aber irgendwie hat er kein... Wenn dein Burning-Killen gut ist, ist das Lightning-Valley, oder? Ja, aber... Der Lightning ist jetzt nicht so krass. Der Freeze war gut. Wenn jetzt Skami kommt. Skami-Killen. Er hat nur Skami auf dem Boden. Was, wenn jetzt Nelo kommt, Predigt? Hm. 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 Chill. Der King-Torps. Kann er jetzt einfach Greyfaird Loon spielen? Ach ne, der King-Torps. Scheiße. Der King-Torps. Hattest du auf der Starterhand keinen Cage? Ne. I'm lucky. So, jetzt freeze doch einfach bitte. Freeze einfach die beiden Türme, okay? Ja. Oh, das wäre ja noch mal hartes. Ne, das war echt gut, oder? Doch, der eine Larry. Das ist, das ist, das ist Death-Davage. Ich bin Death-Davage. Mach dir, Karl. 280. Ne, reicht. Ne, weniger. 199, lol. Reicht's nicht, Sepp? Nein. Ich weiß nur Zahlen. Ich weiß nur 298 auch. Aber Karl, aber er hat's gewonnen. Der Melon-Boy, der verliert das. Alter, wir sind erlöst, oder? Sepp reicht doch nicht. Ja, der Besuch ist gebrochen. Ich merke, er tut das hier. Nein, 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 nein. Mach kein Auge jetzt. Egal. Sepp oder? Sepp? Ja, hat er gewonnen, hat er gewonnen. Sepp? Luis? Jetzt? Hallo? 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 Oh mein Gott. Mierig. Alter Lachs, Digga. Alter Schwede, das war schon wieder ganz schön close bisher. Ist das die erste Niederlage für Team Melon-Boy? Ja. Ja. Das ist richtig geil. Das war irgendwie schmerzhaft. Team Bigsbad zwei Niederlagen, oder? Langsam fühle ich mich hier wohl. Okay, scheiße. Jetzt wird's ernst. Ihr seid aber auch am Abgrund vorbeigeschlittert. Ihr habt's einfach schon überwunden. Mehrfach, ja. Ihr seid fertig, Mon. Ihr habt's einfach. Guck unser Decks an, Mann. So links, ja? Hab Abgrund vorbeigeschlittert einfach. Alter. Ja, wird Feuerbein defensiv. Egal, Carl Carried jetzt. Zappst du das, oder nicht? Nee. Okay. Du brauchst so doll ein Nerf. Muss er jetzt mit Feuerbein oder Zeppith oder so schweben? Oder so? Nee, das ist halt schmerzhaft, sowas. Der Mega-Hitze. Oh, ja. Low-Grab-Stand. Die Mutterhexe ist nicht im Cycle, deswegen. Passt du es. Sonst hab ich immer Angst mit meinem Grab-Schein. Oh. Klingt gut aus. Klingt gut aus. Ich trinke. Ach, Mann. Digga. Das Match war gut für dich, Carl. Hm. Geht sogar eigentlich. Das gab's doch heute schon 97 Mal, oder? Ja, aber die Gegner spielen es, glaube ich, bisher nicht so gut. Ja, die spielen es alle scheiße. Das ist richtig. Ich glaub, gute Mega-Ritter-Spieler gewinnen. Safe, oder? Ja, ja. Steine Luftfahrten. Wo haut er den denn drauf, Mann? Gute Mega-Ritter-Spieler, zwei Sekunden später Feuerbein. Nichts, Mann. Oh. So, ich würde jetzt gerne wieder gegen den Valkyrie-Bomber-Free spielen, bitte. Das wäre nice. Da würde ich ihn einfach sehen. Also, wenn ich... Nee, wir gewinnen jetzt. Sayat. Ich sehe nicht da irgendwie. Du schaffst das, Bobby. Sayat, den besiegst du. Mach, Sayat. Mach, Sayat. Sad. Kannst du Sayat bitte ganz sad machen? Magier. Ich hab so ein Problem mit Magier heute gehabt. Magier. Magier. Ja, Mann. Der Gegner spielt schon wieder so'n Deck. Der weiß ich nicht direkt, der kann nichts. Du hast gewonnen, oder? Wie ist das wohl, Digga? Hehehe. 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 Das hab ich ja noch nie gesehen. Rein da, Vixpins. Nein. Ach, ich will bitte nicht ge... Für mich hat Vixpins schon eine Niederlage. Für mich hat er gefühlt im Kopf hat Vixpins schon eine Niederlage, weil er zwei Mal hat er eingeschüßt. Dieser eine E-Giant-Dude hat mich abgefuckt und der letzte hatte so viel Pech. Was? Der letzte hatte Pech, hatte keinen Brain und verdient verloren, Jungen. Was darfst du? Nach deinem Kopf wäre er einfach raus, wenn Vixpins schon eine Niederlage. Wenn der Typ Mother Witch hat, das könnte doch echt nice sein eigentlich. Ja, ich weiß. Ey, der E-Map ist am Turm. Die Mother Bitch. Schade. Wohin. Sie machen voll viel Damage am Turm. Echt? Das ist absolut geil. Ich glaub der Gegner ist ein krasser Clasher. Ah ne, ah ne. Ich bin ja die selbsten außerhalb der Turm-Range. Ah, jetzt ist... Ah, was ist... Ah. So viel Sumu ist ein guter Clasher, Digga. Und er fühlt sich trotzdem, es ist traurig. Oh. Warum so, dass er das mega mit in die Flygen-Geschild reingebustet? Come on. Egal, so ein Knecht echt. Gefällt mir, dass er macht, dass er... Der hat ein gutes Deck gegen dich. Ja, ein gutes Deck gegen dich. Wie man safe. Wie man safe. Ist das nicht irgendwie throw irgendwie ohne Grund? Was weiß ich jetzt? Ich muss erstmal testen, ob er die Mother Witch hat. Oh. 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 Let's go. Fixen Wind. Feuerball. 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 Oh. Reicht Poison? Ja. Ja, safe. Feuerball. Deswegen... Überhaupt rechts auf ganz geskillt. Perfekt. GG ist doch. Das reicht. Let's go. Schön gespielt. Wird nicht. Wird nicht. Der Poison erreicht, dann wäre die Hofer immer wieder da gewesen. Du gewinnst immer so knapp. Das ist so geil, man. Du lässt... Alles strungeln. Du musst die erst mal kommen lassen. Du musst die erst mal kommen lassen, Junge. Dann musst du gucken, was die wollen. Das ist so scheiße. Matthew, du bist dran, glaube ich. Ich zeige wieder für den Matthew Masterclass. Matthew Masterclass. Matthew Masterclass. Ja, Rocket Siger Masterclass. Okay. Ja, das ist doch... Ah... Ey, das wäre in der Space High gespielt. Dann ist die Kack noch am dampfen, oder? Bitte. Tu es. Tu es. Spiel Poison drauf. Oder Rocket. Erdgeben. Egal. 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 Das ist so unbefriedigend. Das ist so unbefriedigend. Das ist wirklich so unbefriedigend. Das ist wirklich so unbefriedigend. Er hat so ein Hard-Counter. Er hat so ein Hard-Counter. Er hat viel Wildslos gewinnt, aber er lässt X-Bund dran ohne Grund. Ja, das hat er recht hier gewonnen. Das hat er nicht mehr vor. Zeig doch nicht. Boah, das gefällt mir weiter so, Rudi. Eigentlich hätte ich... Das ist so ne Null, aber er ist so krank. Dein Gegner ist unter aller Kanone. Ich sag's dir, wie es ist. Alter, wie kann man so einen Hunder-Dull haben und hat sich verlieren? Ja. Ich bin jetzt komplett scheiße. Wir wollen ne Rakete. Wie kann das denn sein? Werfiel ist doch schon mal 20 Wund oder so? Wie ist der? Oh, da ist sie! Ja, Psyche. Ich glaub, er gewinnt den Psyche. Ich glaub, er gewinnt den Psyche. Ich glaub, er gewinnt den. Ja, das ist schon nice. Deswegen muss ich mir jetzt erstmal ein Lus-Ecken holen. Ich kann mir das nicht anschauen. Nein. Okay, ich hab kurz ein Lus-Ecken-Chit. Und trinken. Ey, der Gegner hat es den E-Sportler, glaub ich. Echt? Keine Ahnung. Wie Gravy. Ey, was ist denn? Was ist denn Pekka plus... Pekka plus... Pekka plus... Gravy wäre ja eigentlich nice. Ja, denk ich jetzt auch. Pekka Gravy oder? Pekka Gravy oder, oder? Ne, aber auch. Pekka Gravy oder? Pekka Fischer. Oh ne Grund, einfach... Alter. Mike... Es wird einfach nur Gravy sparen. Oh. Das ist Gravy. Na, ich weiß nicht. Ich weiß, welches der Gäst spielt. Das spielt einer... Oh ne... Das spielt... Ein Typ ist Platz 20 oder so mit diesem Däck. Oh, der Vollgeroll. Ja, der Vollgeroll ist, glaub ich. Ja. Oh man, das Schwein ist Kacke. Na, das macht bisschen Damage. Bisschen Chirby. Ne, ne, der meint aber auch Kacke. Warum... Wie soll ich davon ausgehen, dass er... Okay. Jetzt geht gegen das Kacke. Wir sollten das gewinnen, wenn wir fokussieren. Ja. Ich merke, dass es Ram Rider plus Feuerball Eis das killt. Dass der Damage macht. Dann müssen wir nur die Marraux sparen. Ne, okay, du warst nicht. Ich hab keinen Lock. Ich hab keinen Lock. Ich hab keinen Lock. Oh, ja, ja, ja. Alter, Mann. Oh. Jetzt Pekka hinten. Nice. Aber der Gäder ist nicht schlecht. Let's go. Alles gut. Das stimmt. Ramy plus Feuerball ist eigentlich mega broken gegen Eismarger. Ramy. Ramy. Alter, was ist er denn? Der macht das ja grad gut sogar. Ja, der kann Clash. Das nervt mich. Oh, lol. Nice. Ein Ehrenmann. Okay, das ist hart abfuck. Ja, das wusste ich, wesentlich. Aber... Kein Gold. Ja. Das ist eins, was von Matthew hört, immer so. Na gut, da geht er. Ja, wie geht's direkt? Das Deck hat der einfach kopiert wahrscheinlich. Soll mich nicht nerven mit so einer dreckigen Hexe, Digga. Oh. 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 Ja, nice try, Bro. Was soll man denn da wieder einfärben? Die Rocket ist ein bisschen nerven. Mit einem Dorn im Auge. Ja, soll ich bitte? Mit einem Dorn im Auge. Mit einem Dorn im Auge. Du geile Eimer. 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 Come on. Oh. Wie steht's? Wir haben hier einen Boost. Oh. Wir kriegen das Klima 2 Boost. Morgen ist aber noch keiner. Danke dir. Noch. Oh. Oh. Okay, ist auch okay. Chill. Feine dich nicht an, bitte. Hm. Magavich, komm. Wenn der Zebas einfach hinten rein kommt. Ja. Ja. Was den Hitpacker? Nein. Geht der Feuerball? Oha. Let's go. Es spawnt so ein Teil. Let's go. So ein Teil. So ein Teil. Ey, Tesla kriegt du die Welle. Jojo. Ich bin nur im Hüftflug. Ich habe immer diese Eisbukoppen. Das andere wird auch nicht gelobt. Freunden. Hehehe. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, aber war der wohl schnell fällt. Ja, aber ist das geworden. Okay. Ah, ja. Die Südwest versierte Witterreiterinplan. Ja. Die Südwest versierte Witterreiterinplan. Oh. Oh. Hätte überlegt mit mir gespielt. Das war es ja. Ja. Man weiß es nicht. Ja. Vielleicht war das sogar genau der Typ, der Platz 30 ist, weil ich glaube, der hat, der hat keine Woche zu spielen. Und ich spiele jetzt auch mal an. Ich darf, ne? Wichtig und ruhig. Wichtig und ruhig. Das ist gefährlich, weil Morden drehen lang hat. Genau wie ich. Wir müssen aufpassen. Same, 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 same. Ja, wir haben jetzt ein Meerlager. Ja. Allerdings, wenn jetzt einer von SamroKar verliert, dann sind wir nicht mehr im... So haben wir gekontert. Let's go. Da schwingen wir die Kuchen. Mhm. Schön. Aber die Seppi schon raus. Äh? Oh, oh, fuck. Oh, Sam. Oh, Sam. Ist okay. Ist okay. Harte, die verteidigt wird. Ist okay. Oh nein. Nicht die Seppis, Mann. Oh, der kann ja nicht sehen. Ja, guck, die haben den Prinz. Junge, ey. Schon wieder... Na ja. Er kriegt das total nicht. Ey, er kriegt das total nicht. Aber wenn die Kosten so. Bisschen besser machen können. Da siehst du, wenn du mal so in die Situation kommst, wird der Geist kalt verkacken. Ja. Da hast du recht. Gut analysiert. Das war's, glaub ich, nicht. Ehrlich gesagt. Der war cool. Der kann jetzt einfach die Häpfe und den Cage schicken. Oder? Das wär's ganz gut. Nee. Nee, macht er einfach nicht. Kommt er schlecht. Ist okay. Ist okay. Ich glaub, das war's. Hat er was Rekruten, oder hat er einfach noch Feuerball jetzt gerade? Wer hat Rekruten. Entschuldigung, ein Rekruten. 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 Das ist die Gabel des Triumphs. Kann man die Gabel teilen? Ich glaube, ich brauch die Arbeit. Komm E-Dragon! Feuerball, das ist kein Hit. Ja, Split ist halt immer ganz nice, mit dir ein bisschen dabei. Uli, das war's nicht. Doch! Aua, die ist dran. Ich guck jetzt Elixir an der D. Elixir an. Nein! Aua! Aua! Nee! Was? Aber der E-Giant, ich weiß nicht. Aber rechts! Er sieht rechts nicht, er kann das nicht, er hat eine Rechts-Rechts-Schwäche. Aber jetzt, aber jetzt ein Ding. Oh mein Gott. Aber das ist Elixir. Kannst du den eh Kobold-Käfig setzen? Genau den. Aber läch der Bowler nicht immer gefühlt von der Brücke auch am Turm? Ja, macht er jetzt. Nee, trifft den falschen. Nein! Oh mein Gott. Hey, was für ein Schlitzer-Game. Ja, das war's nicht. Oha, vamos, let's go! GG! Okay, krass, alter. Krass. Krass, geklasht. Also die Games werden schwieriger, man merkt das auf jeden Fall. Ja, völlig gerein. Unverdient! Das ist Rokal. Okay. Oh, ich hab kein Grabchen auf der Hand. Oh, ich hab kein Grabchen auf der Hand. Oh, ich habe kein Grabchen auf der Hand. Ich glaube, das ist blöd. Ist das nicht dieser Gerard? Aber das ist der Lager? Bitte wirst. Karl, Matthew und Wixen sind Flawless. Nein. Der ist Geralt. Der ist Geralt. Der ist Geralt, heißt der. Einfach Geralt, Junge. Aber hat Team Karl auch eine Niederlage, oder? Ja. Also Karl, Matthew und Wixen sind noch nicht mehr drin. Das ist insane. Einfach Götter in dieser Challenge. Das ist doch eine gute Defense. Ich will jetzt nicht staten. Ja, musst du aber. Ich muss nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Schauen wir uns nicht. Doch, doch nicht. Aber, alter! Tja! Ice Wizard! Ah, mal guck der es wieder in Brae gleich rum. Oder so. Ist ok. Ich hab's keinen Zip, oder? Ich muss Feuerwein. Ich hab keinen Zip. Ist ok. Ey, wenn er ein Grae, wer doch irgendwie random gecycled bekommt. Kriegt er nicht. Ja, es wird ein interessantes Team. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Er kann halt einen King bringen. Hä? Oh, der Arme. Ah, er kann's. GG! GG! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Schwierig, Digga! Lacky! 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 Alter Schwede! Jetzt kommt Floppy, oder? Ja! Ja, ja! Floppy! Okay, Floppy, komm! Du musst das nur konzentrieren. Du musst das nur konzentrieren. Du packst es. Wenn du Lacky hast über 2.02 gespielt, wirst du beleidigt. Das ist Lukas CR aka Blackbird. Ne, oder? Oh, ja! Oh, ja! Alter, kannst du ihn bitte bumsen? Fliech das, fliech das! Komm! Nee, ist nicht Lukas, okay. Ja! Ja! Nein! Hallo, die Widerreiterin! Oh! 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 Er kriegt den Packer dazwischen gequetscht. Ja, ja! Aber das ist direkt ohne, oder? Aber das ist egal, der stirbt einfach. Redditch! Booty! Das war's! Friest das jetzt, Mann? Was? Ich hoffe, ich hoffe, ich habe ein hobbiloses Schwein raus, Digga! Ein hobbiloses! Wichtig! Das war's! Ja, Floppo! Du bist es! Let's go! Oh, Lukas, jetzt in meinem Chat-A-Shop, ich bumse dich gleich. Ich gehe rein! Dann die Pineda! Ja! Ich bin aber 20-0, das ist strong! Ja, ne! So stark! Also, die Matches sind ja nur so mega-close-up, mein Gefühl. Ah, jetzt... Wieder, wieder... Hä, ist das nicht... Ich weiß nicht schon... Time Island, glaube ich, die Gravex gespielt? Ah, ne! Ja, es ist Royal Giant. Genau, E-Giant. Oder... Oder Archie? Ja! 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 Ich hasse diese Karte. Nado? Ja, Black guy Nado. Oh, Sonny. Hey, Digga, immer das gleiche. Jetzt verliert er im Counter-Wusch wahrscheinlich. Nee, ich glaub nicht. Das darf er nicht, das darf er nicht schon wieder. Das kann ja nicht verlieren. 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 Das kann ja nicht verlieren so. Ah, nee, ah, nee. Gute Defense, Nado, einfach das Mega-Mail ran. Okay, du darfst ihm jetzt keine Lightning-Rable geben, ansonsten... Tange dir, Bro. Du musst ihn Lightning-Rable geben. Ja, ich wollte dich doch nur kognitiv... Ja, das ist einfach weltweit. Ja, das ist einfach weltweit. Ich hab's immer. Die kognitive Unterstützung. Ich werde jetzt einfach Eis-Rable machen. Einfach Eis-Rable auf dem sich gefällt mir. Kaltet er, oder? Ich frag haltet er. Wenn der außen ist? Ja, lol. Jetzt ist der Tode, ich kaltet er nicht mehr. Kaltet immer. Nade und King. Er macht Nade und King, du hast verloren, Digga. Nade und King. Macht er nicht. Ja, okay. Ja. Alter, besser ist... Das ist die dritte Niederlage für Team. Ich hasse Aids, Giant, Mann. Er hat auch Holzfair drin. Holzfair ist so impossible, Mann. Ja, ja. Das ist mir gut. Das Geragte... Oh, ich hasse diesen Sch... Ja. Ich will jetzt die Fluren. Egal. 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 Kannst du nichts machen, Bixfin. Alles gut. Kann ich auch nicht, ich weiß. Das ist okay. Die anderen werden in dieser Runde auch noch verlieren. Beide Teams mindestens einmal, sag ich wie es ist. Ja. Sag ich wie es ist. Wir sind in einer sehr fortgeschrittenen Game-Situation. Ja, ja, ich weiß. Die werden beide noch verlieren, klar. Ich glaub sogar alle vier verlieren. Ja, alle werden vier verlieren. Ah, geil. Gt-Batch und ab. Oh, Golem fürs Play. Let's go. Golem Lightning. Das könnte interessant werden, Matthew. Nee, er spielt... Ähm... Hä? Er spielt Mega-Ritter-Double-Witch-Greyfett. Ja, Double-Witch. Aber Slowboard-Fairball ist eigentlich ganz nice. Oh, Mann! Oh, das Timing! Heute gehen wir weg, Digga! Ja, okay. Ist okay, ist okay. Ist nicht okay. Ist doch nicht okay. Ist vollkommen okay. Ist vollkommen okay. Ist vollkommen okay. Was für ein Mega-Batman. Lassen wir doch, Digga. Irgendwie sehe ich das Mega-Mini nicht. Irgendwie sehe ich das Mega-Mini nicht. Irgendwie ist ein... Problem. Um 21 Uhr das WM-Finale. Wieso? 21 Uhr? Du hast gesagt, 22 Uhr. Ja, ist aber Fail, leider. Die haben 21 Uhr, weil die Gipna hat gewonnen. Also, ich könnte danach noch, wenn ihr... Ja. Ja. Wir könnten ja auch einfach zu sechs das Finale casten. So. Was? Ja, also theoretisch könnten wir eine kurz Pause machen. Das Finale zu casten. Das denkt ja auch eh nicht so. Wahrscheinlich. Und... Und dann weitermachen. Je nachdem, wie Matthew unsere zwei haben. Ich könnte. Kyle könnte. Matthew, wie sieht's bei dir aus? Ah, er ist müde, weil er spielt. Wie er ist müde, weil er spielt? Was denn das für ein Cheater? Sam, Sam, wie sieht's bei dir aus? Ich könnte auch theoretisch. Ja gut, dann geil. Dann fragen wir gleich noch Matthew und dann haben wir die Soße doch. Die Soße einfach. Ja, die Soße. Hä, der Gegner? Also bisher ist doch Frank nicht so schlecht aus eigentlich. Kann ich doch auf jeden Fall gewinnen. Das ist auch krass für noch keiner sehen Raver. Gibt der von uns? Jetzt soll mal langsam so der Graver jetzt pushen hier. Oh, keine guten Skate. Mk, 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 ja. Ja, spiel ihn, spiel ihn, jawoll. Aber jetzt kommt links einfach gleich der nächste Expo. Ne, jetzt kommt der Graver, der ist mal reingeschallert. Komm jetzt, Graver, Graver, Graver. Spiel den Kack, Graver, du Knecht. Och, Junge, du bist kein Beatdown spiel, du musst Graver den setzen, Mann. Jetzt? Das ist ein guter Graver. Das ist ein guter. Endlich. Das hat, oh mein Gott. Das ist die Niederlage Nummer 2. Das ist die Niederlage Nummer 2 für die Morten. Ja, alle Gegner haben gespielt. Oh. Hat er echt. Ey, Karl ist der einzige, der noch nicht verloren hat, oder? Ja. Ne, doch. Ja. Ja, ja, ja. Okay, das heißt, 3, 2, 1 bisher, ne? Oder? Genau. 3, 2, 2, oder 3, 2, 1? 3, 2, 1. Ja, 3, 2, 1, ja. Okay. Oh, wiedergegeben worden. Oh, lucky boy. Ich weiß nicht, ob ich sterben. Warum will ich eigentlich, dass ich stirbe? Hä, wie soll das denn? Echt so? Was willst du für ein Anti-Welt jetzt? In welchem Team spielst du es dann? Ich weiß es nicht. Kann die Nightwrit jetzt sterben? Ich fass es nicht. Ich weiß nicht, das könnte doch ganz gut werden für Lucky Boy. Ja. Ja, mach mal gut. Das Problem ist, das Matchup? Ich hab meine ausgenommen, ich brauch den gar nicht. Oh Gott, oh Gott, das ist so arrogant, das ist so arrogant. Das Matchup ist ganz okay für Goolem, aber das Problem ist halt, was? Oh, okay, okay. Dieser Rocket Poison kann nicht mehr. Das Backup, aber er muss halt Goolem hinten spielen. Er darf nicht die Nightwritin spielen. Er muss gut mit Baby-Rings zu fahren. Und nur mit Lightning dann, ohne Nightwritin. Ja, ja. Er muss sehr, sehr gut auf das Bild aufpassen. Ja, das ist gut, das ist gut. Den Goolem muss das spielen, das ist geil. Das ist gut. Das ist gut. Allerdings ist Morden in einer guten Situation. Ja, das ist gut. Da ist ein Baby-Rings nach Kratzig. Bäh. Die Reuse. Oh, das ist einfach Poison-R-User. Das ist gut. Ja, das versteht er nicht so ganz. Boah, das stört nicht. Nado, glaube ich, died auch nicht in Aspekte, was ist das? Nein, Lightning war es nicht. Er hätte Golem einfach an die Brücke spielen sollen, kein Lightning, glaube ich. Wo? Oder? Aber das reicht aber nicht. Ja, okay, du hast recht. Viel Damage. Sehr viel Damage. Er macht sehr schlau mit dem Golem, nicht mit der Nacht. Ja, das ist richtig. Er hat das gescheckt, die Taktik schaut. Und langsam trägt das Früchte. Aber mit der Nightwish macht er immer noch nicht so ganz optimal. Oh, das ist interessant. Ich würde jetzt den nächsten Tesla ein Lightning. Ja, ist auch okay so. Snelse sind ein Lightning. Nein, nein. Was? 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 Wie ein netter. Man muss doch den Turm Lightning ja nicht. Der kann aufhören Golem zu Cycle. Aber wenn jetzt der nächste Tesla ein Lightning wird, dann passt es doch, 해도. Dann passt es doch, oder? Ja, wenn. Aber er kommt eh in die Brücke. Oh. Die Nightwish. Oh. ja das ist gut es muss ja ich glaube der gegner er muss der zeit nur druck machen kann jetzt gleich jetzt dinge ist mord hat jetzt seit einem minuten wo muss eigentlich rocket rocket oder sowas werfen aber muss auch verteidigen und dann hat er gewonnen oder nicht hat er aber wobei ich morgen kann rocken werfen reicht sie noch nicht reicht reicht es oder nee macht seine ne du ne du spiel ne du spiel ne du spiel ne du komm ne du ne du ne 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 nein 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 rocket reicht es ich glaube die macht 380 kann er gehen da bitte zum nato jetzt zeichern er hat leider oh mein gott rotten hast du gemacht rotten weißt du wie der rocket gemacht hat ich denke rocket und nato hätte gereicht oder ooooh aber er hätte es geschafft auch ja er hat 80 macht die er hat nato dran und er hat gespielt ah ok hätte gereicht ja ok jetzt haben wir drei niederlagen und wenn ich das nächste game verliere bin ich raus das heißt ich habe ein problem warte 3 2 das heißt für dich ist es quasi letzte niederlage aber für das team noch 2 3 3 1 3 3 1 ja alter sam let's go carl ich habe jetzt vier niederlagen weil ich am Anfang reingesturbelt habe die ersten zwölf games ja aber es ist ja auch okay ich mein eigentlich glaube ich irgendwie was war noch die regeln wenn einer rausfliegt dann ist es vorbei dann hat das team verloren oder was ja genau ja das hatte ich ja letztes mal oder nicht hattest du das nee 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 jaja ich glaube ich hatte das oder nee nein 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 aber ich war noch bei 4 a 2 ab anfang ich habe mich geräts Sam Sam. 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 Aber ich glaub du bist auch... Flobi, ich glaub du bist letztes Mal auch zu 1 reingegangen. Ja und dann hatte ich 4 Niederlagen und es war... Wer hätte ich verloren, es wär... Es wär so bitter gewesen. Also 4 auf dem Papier waren sich nur 3. Ja, true true true. Sam? Äh... Kein Gegner. Achso. Ich find mich keine Gegner. Schade eigentlich. Wir haben die ganze Zeit immer noch schweig gefunden. Und es ist ungewohnt, wenn man so... Wir haben ja schon abgeworfen, die Suche nochmal neu gestartet, aber irgendwie... Game kaputt, Schade. Perfekt. Mach mich ganz kurz. Ganz kurz, Mixman. Haben die das verschoben? Nein, das war entweder wenn... Ich hab's vercheckt. Wenn Ägypten gewinnt, 21 Uhr. Achso. Wenn äh... Nächste gucken, 22 Uhr. Ich war lost. Okay. Okay. Vielleicht sind wir ja sogar bis 21 Uhr durch. Ohne... Also no joke, jetzt könnte es sogar sein, dass wir bis 21 Uhr durch sind. Das ist halt Sun Death, das geht mega schnell. Das ist kein Problem. Wenn gleich Xen und Pixen verlieren, oder Morten und Matthew, dann... Na dann raus. Wenn ich vorliebe, dann bin ich halt raus. Ja, oder Morten, genau. Aber Clashen wir doch um Platz 1? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ja, ja. Klar, klar, klar. Der Artkoppel ist broken. Der Artkoppel ist auch broken gegen den ganzen Sparky Decks. Ist mir auch gefallen. Ja. Der Artkoppel ist voll stark, ja. Voll stark. Ja, voll stark. Okay. Der Gegner kann auch gut spielen anscheinend. Sieht gar nicht so bad aus. German Authority. Okay, wild. Der hat so einen schnellen Stryker, das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Der Hardkoppel, ja, würde ich schon sagen, weil der kann Sam easy abzackeln. Oha, das war gut gemacht. Komm schon, das ist wichtig für die Zukunft. Ja, das weich tut. Aber das war auch ein schlechtes Code, was von ihm. Ja. Was macht der jetzt? Oh Gott, äh, bei mir war nicht gut. Was? Der spielt gut. Der spielt echt gut. Alter, man hat you geil. Du bist auch wieder dabei. Ich glaube, der spielt die Teslas gut. Hm. Ja. Stimmt. Und mein Tesla im Game ist, ist man für einfach back. Wann ist Funktionsspielen in Ägypten, muss ich sagen? Um 21 Uhr. 21 Uhr. Hauptschutz, lieber. Danke für den Raid. Ich hoffe, dass du einen entspannst. Ich hoffe, dass du einen entspannst. Ein entspannst. Oh. Danke. Danke. Ja. Es ist halt ein Feuerball, mein Go. Es ist krass, das ist ein Cycle. Jetzt kommt ein Feuerball und dann... Wie der? Digga, der spielt das ehrlich gut. Jaaaa. Aber ich glaube, er wird irgendwie... Langfristig Ordnung. Der Ritter war nicht gut. Der Ritter war überhaupt nicht gut. Ich glaube, so die Triple, die jetzt seit 30 Minuten war, ist besser für Sand. Stimmt. Kann er jetzt einfach Rocket Feuerball auf werden? Ja, das war kein guter Feuerball. Nee, da, wer wir den Betreffenden sollen, er ist. Ja. Ja, test er wieder. Aber Sam, ich glaube, E-Draig war eine gute Entscheidung. Statt nach der Fall. Kommt Feuerball. Gut. Mh. Ich kann Dark Goblin. Ja, der Darkob jetzt mal aufs Feld bringen, Junge. Ja, muss sein Test nochmal hoch bringen. Hoch bringen, ja. Aber nicht so ein Junge. Axel. Ey, der hat so... Oh Mann. Ein bisschen besser hätte er spielen können. Ja. Ja, er hat schon nicht schlecht gespielt, aber er hätte besser spielen können. Ja, richtig, genau so ist es. Okay. Let's go, Carl. Jo, ich geh rein. Okay. Was mach ich jetzt? Scheiße. Okay. Weihwert. Fuck. Oh, das Timing! Brudi! Feuerball. Es ist jedes Mal, das... jedes Mal läuft das Game gleich ab bei Kai. Aber was war das noch schon wieder für den Prinz? Ja, der Prinz ist absolut leuchtig. Wobei... Wobei... Da muss jetzt nicht... Oh... Persept nehmen. Oh... Das ist nicht bad, aber die Janks haben halt... Das ist nur 5x hier jetzt. Oh, er hat Musketieren. Ja. Wait. Wait, wait, wait. Digga, einmal Grey wird freeze, das war's! Ja, einmal Grey wird freeze, das war's! 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 Eigentlich schon. Das... Ist das ein Show? Ja. Das war's! Greh dich um, du Knecht! Danke! Ja, das war's! Schade war ein Mann. Oh mein Gott, okay. Schade, aber... 3-3-3. 3-3-3 oder was? Ja, ne? 3-3-3. 3-3-2! 3-3-2! 3-3-2! 3-3-2! 3-3-2! 3-3-2! 3-3-2! 3-3-2! 3-3-2! Alles jetzt! Colts wird tödlich. True Purple, das ist ein guter Spieler! Pass auf! Wer weißt du das? Hallo, wo weiß du das? Das spielt X-Bogen. Ich bin echt wie X-Bogen. Hä, halt auf! Don't you believe, was die Gegner spielen oder du sie kennst! Der ist safe gut! Nee, das fällt echt ein Niederschlag. Also wenn der so viele Sieger hat mit X-Bogen, dann muss der gut sein. Mal schauen. das war gut dass die überlebt hat ja das gute bringt jetzt nicht ich denke mir immer dass sie gleich ja das ist der gespieler gut ist komplett Der Cycle Dritter statt Tesla, das kommt so sehr schön an. Feuerball. Ja, und Refugee ist halt so ein Tesla-Stremmer. Der Ritter, der ist auch nur Deko. Ich habe die Skellis, die mit wieder kommen. Ja, okay. Ja, der Tesla hat wieder Pirate. Ne, die Ego hat ja jeweils ein paar gegeben. Auch wieder ein Feuerball. Ich muss den halt bringen. Ja, ja, das verstehe ich natürlich. Morden zeigt Verständnis. Weil er die Sion nie so hart raus in der Aussage. Wahnsinn. Jetzt X-Wogen offensiv, komm. X-Wogen, komm. Ja. Wenn jetzt ein Tesla kommt, an die Mitte oben. Oh ja. Ja, das war gut. Ja, das bricht doch nicht. Oh nein. Oh nein. Kannst du? Oh nein. Oh ja, okay. Die MP war ohne gut. Ritter? Ritter? Ja, Ritter, Ritter. Ja, der Tesla. Oh ja. Ja, der ist ganz gut. Ja, der wird ihn aber vorher recyceln. Ja, der ist ganz gut. Also was er gerade klärt, ist wirklich auf einem guten Ego, Mann. Ich hab nur Angst, dass irgendwann die Mata durch einfach Auge macht. Ich hab Angst, dass er irgendwann overkommt mit dem X-Wogen ohne Grund. Oh, da ist das. Oh, was? Ne. Der ist klar, der ist klar. Ah, der Ritter war ohnehin. Kann er keinen X-Wogen bringen ohne Grund? Kann er mal ein Däfen mit dem X-Wogen? Oh, Feuerbeiß-Cycle! Ja, ne. Okay. Ist okay. Ja, ja. Läuft der vorne, ey. Jetzt wahrscheinlich auch einen raufwerfen. Alter! Alter, starker Tesla! Alter, Tesla! Holy shit! Junge! Lobby wird auch blank! Ah! Ah! Armerfluss! Junge! Der Tesla! Der ist immer noch gut! Der Gegner ist mit wirklichen E-Sportler! Ich gucke jetzt so gut rein. Ah! Was weiß dafür? Nein, der war mal ein Stück. Oh, Feuer vielleicht. Nein, der Joke nicht alles gut. Natürlich. Nein, der bringt ja gar nichts von Robby jetzt. Verstehst du das? Nee. Versteht nicht. Rammwein ist mega wurscht, Junge. Boy Hox, dann zähl mal besser. Schöner, Alter. Ja, der hat seit drei Jahren keine Scalys mehr an den Krieg gesetzt, man. Das klappt nicht. Solange er die Feuer betrifft, sind wir dabei. Und er auch. Genau so. Einfach ein paar Lock drüber cyclen. Und keine Scalys high spielen. Nee, das ist safe. Und von 200 Expo-Spieler auf jeden Fall. Das ist ja keine Scalys high spielen einfach, da bin ich zufrieden. Du musst halt jetzt anfangen, die Feuerwehr zu cyclen. Ja, Alter. Nein, erstmal Lock, komm. Solange er Damage immer even ist, dann kann er über die letzten 20 Sekunden noch bleiben. Ja, Mann. Einfach ein Höchstlein. Ich glaube, wie sich fokussiert. Kein Wort geworben. Ja, ist ja auch richtig so. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, bitte. Alter, wer saved sich. Holy shit. Ich dachte gar nicht, er verloren hat. Da war kurz die Joker, Alter. Geht's Feuer bei der Cycle? Geht's Feuer bei der Cycle? Geht's Feuer bei der Cycle, sorry. Oh, der schafft ein Feuerball mehr als er. Ja, der Megariff hat bald wasted so. Jetzt kommt ein Ritter. Komm weiter Feuerball. Der muss aber eigentlich, wenn er kein Damage bekommen muss, dann nur ein Feuerball werfen. Nicht mal Feuerball. 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 Fütz gut. Einfach ein Lock. Und wie schaffst du das? Nee. Nee, das verlierst du nicht. Nee, das verlierst du nicht. Ja, das ist ein Bonus, Alter. Gut. Okay, okay, okay. Jetzt sind vier Niederlagen. Wenn Bixen verliert, ist er einfach, keine Ahnung. Raus. Ich kann nicht spielen. Das Matchup ist halt schwierig. Und er spielt's halt ziemlich gut. Mit welchen Gelds? Und jetzt? Wenn Bixen verliert, sind sie raus. Na ja, der einzige Fall wäre, wenn dann noch eine andere, also wenn ihr dann noch bei ihr dann passiert. Ist noch Geld nicht gut eigentlich? Für mich? Für oder gegen mich? Ja, der Tesla hat glaube ich schon. Ja. Ich glaube auch. Nein, es war für ein gutes Kugel. Ich bin der Tesla. Ist der Tesla? Ja, wir face mittlerweile echt solide Clash, ey. Ich bin der Realität. Ich bin der Tesla. Ich bin der Gegner. Was kann der? Nee, das macht dann. Gut, er. Und der Kalator ist halt böse. Oho. Tesla wäre viel böser. Tesla wäre viel böser. Für dich hier? Wir sind immer wieder Chipped-Damage, ne? Ja, ja. Ist halt der gute Entfernung, oder? Ja, extrem gute Entfernung. Ich fühlte es, er kriegt den Ball, Junkil, den kommt nicht alles. Jo, jetzt kann er sterben. Okay. Kann ich aufgemacht. Jetzt kann er sterben gehen. Hm, wahr, wie du es siehst. Ich hoffe, wir müssen irgendwann das Barbar holen. Na. 1-Cat, Turner, Goblin Gang und dann legst Sparrow rein. Ja, ne, ja. Ja, ist ja okay. Digga, aber das Locktiming war, moi. Ich hätte ja eigentlich schon Barbar. Dann hätte ich noch etwas Zeit zu tun. Ja, chill. Beruhig dich, Brody. Jetzt wird wieder. Mach mal rechts, wer Damage macht, als links. Kriegiger Poison-Cycler. Äh, nicht so gut, so. Aber, geil, mein Game ist einfach gecrashed. Nice. Kann man besser jetzt, aber ich will. Das ist kein Damage. Jetzt gibt's noch nicht. Das ist mir völlig Latte. Ja, dagegen muss ich sagen, ich habe den Turm werfen. Wie gut, dass die Rocket den Baby-Rings wird. Oh, nein. Das war ein Loco. Das war ein Loco. So egal. Das geht aber noch. Das ist guter Druck. Wieso zahlt der das Barrel nicht? Das facken wir ab. Ja, einfach Sim-City und chill. Ich muss das Barrel-House-Cycle dann sein. Ich muss das Barrel-House-Cycle dann sein. Ich muss das Barrel-House-Cycle dann sein. Ja, irgendwas davon. Jetzt noch geht's gar nicht. Das ist gut, das ist richtig gut. Der E-Mail ist dran. 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 Was war jetzt? Nice. Gute Clash. Das war's. Nochmal ein Anlag mit dem Gegner. Schön gespielt. Und wir sind auch drin wixeln. Auch wenn ich gespechelt habe. Wir sind noch drin wixeln. Du bist so krass. Ey, du bist so krass. Du bist so getroffen. Geil. Hätte ich meinen Ton mit auch mit der Rakete. Ich hab mein Bestes gegeben, aber es hat leider nicht gereicht. Aber du hast einfach der Beste gegeben. Und es hat gereicht. Let's go. Okay. Wichtiges Game. Wichtiges Game. Ja. Wir haben drei Niederlagen, aber ich... Alter. Junge, ich... Irgendwitz den Puls gerade. Ey, ey. Big Spin, das war crazy. War gut. So strong. So crazy Big Spin. Wer ist dran? Matthew. Ich bin am so... Matthew. Let's go. Let's go. Anton Zea. Sieht aus wie ein Tryhard. Carpe Diem. Mit Spunksternen. Herz. Ja. Nutze den Tag. Er nutzt deinen Tag, um Ballon zu spielen. Perfekt. Nun gib mir schon mal 7. Wie für deinen Tag heißt das doch, oder? Nutze. Wart mal Ballon. Sie ist der Day. Aber nun Lightning mit Arrows. Das wär ja so geil. Wie sagst du jetzt nicht super? Heißt Carpe Diem nicht sowas? Genieße deinen Tag? Nein. Nutze. Hä warum hast du Archer's in der Flug? Nutze deinen Tag. Sie ist der Day. Ja, die Gegner hat gesniped. Nein. Nein, nein. Der war ganz wichtig. Ich bleibe jetzt dabei. Hier. Ja, das ist hier. Wir haben mit unseren Strategie-Coach geredet. Viel value. Ja. Deck macht keinen Sinn. Junge, die Exo-Protection. Das gefällt mir. Was macht der denn, Junge? Was macht der denn, Junge? Es wird etwas krass vom Niveau, den Gegner sich so unterscheiden, finde ich. Ja, das ist echt. Facke. Junge, Leitling, das doch jetzt mal. Na, der aufgegeben. Das wissen wir beide. Okay. Ja, nice. Ich kriege ich neue Geld. Der Lumberjack wird das gegenführen. Junge, ich habe jetzt ein Must-to-Win-Match. Jetzt bin ich raus. Oh, stimmt. Stimmt. LOL. Gegen Erik. Den von eben an. Golden Name mit TM. Das ist ein Feier. Maverick. Den guten Maverick. Ja, wir machen es. Mew. Oh, nee. Ich hoffe. Das ist höher, mein Scherp. Oh. Oh. Oh, nice. Die Gravy ist. Die ist auch gut. Boah, Loon. Ja, ist gut. Heiß Eisenmelde. Ja. Ich wollte auch fassen können. Ich dachte, der, dachte der Gelände. Oh, ey. Ja! Das Push. Das Team spielt echt wie so eine Banane. Das ist unglaublich. Ja. Bananentee. Oh, das ist die Rocket, oder? Nee. Wir freuen uns erst mal. Okay. Das Game müssen wir gewinnen, sonst wird er raus. Da gibt's kein Risiko. Verstehst du? Ja. Da kommt der Nadee. Der muss kommen, ne? Der muss kommen, ne? Belogen das? Der wird unser Eiswissern auf den Chip machen. Da ist eine Karte noch offen. Ja, Freeze. Nein, ich glaube, er hat Freeze. Ich glaube, er hat Freeze. Du müsst eigentlich Nadee haben, oder? Ja. Nadee. Oder doch. Ich würde auf Nadee gehen. Oh. Oh. Ja, kann auch noch, dass ich mag seine Loons irgendwie nicht. Die sind irgendwie mega weird. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Überall Q auf. Ja, er hat vermutlich Nadee sind seit der Flüchtling gespielt. Na, aufhören Digga. Ja. Egal. Wir beschützen den. Ich habe nur dieser Tesla, was soll ich machen? Danke. Ne, ich habe das Gefühl, Tesla wird gespielt bei der Champions League. Ja, auch nicht. Danke. Glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Dann gibt es kein gutes Gebäude mehr. Na, wird gar ohne gespielt. Okay. Okay. Oh. Aber er macht es immerhin konstant. Er zappt jeden. Ja, 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 ja. Er zappt jeden. Ich mach einen. Ja, aber irgendwie macht meines Welsen mehr Dämmel. Hä? Was ist das eigentlich für den Plan? GG. Ja, wir haben verloren. Oh. Das regt ihm jetzt auch nichts. Aber jetzt ist noch einer. Doppeltestung. Ja, er checkst halt nicht der Zweite. Er checkst, Digga. Er macht immer das Gleiche, Digga. Ja. Ja, was soll er denn tun? Wie soll er denn durchkommen? Ja, zumindest was anderes versuchen vielleicht. Mal einen Loon hinten oder so. Egal. Mach den eigentlich so. Der andere Lägen. Also Doppel-Loon. Oh, ist das befriedigend. Okay. Das ist echt. Ja. Das ist richtig geil. Oh, Junge. Wie ekelhaft, Mann. Ja. Ja. Warum denn? Warum denn? Ich hab nur jetzt hier ne Niederlage. Bist du weiter drin? Wenn ihr jetzt beide... Ne, dann passiert noch nichts. Ich hab das Gefühl, dass Flobby und Bigspin sich gleich verabschieden. Ey, was ist das denn jetzt? Kannst du mal hätten? Nein, das passiert nicht. Flobby gewinnt jetzt einfach. Ja. Ja. Fiel ja gar nicht. Ja. Aber in sich ein guter Cache. Er weiß es nicht. Ich denke, dass ich Torbenata verliere. Richtig. Ich spiele das Bigspin Deck. Ich hab schon gefeiert. Nee. Ich hab schon gefeiert. Nee. Ich hab nicht agi oder nicht. Agi. Ich hab jetzt lightning drauf und bin dabei oder nicht? Genau so. Ich hab einen schlechten Animator. Was ist denn reinges? Ne, du warst vielleicht ohne Grund. Der Lightning ist irgendwie... Lightning für mich ein bisschen hops. Ich hab meinen ganz leckesten Lightning Value. Ja! Das Timing, wie tier hier für Unlucky. Ja... Unlucky. Spaß verdient. Lightning! Digga, was war das denn? hilfe das verloren junge gefühlt sein ja aber das ist doch jetzt noch so zwei der hit war so es gab der wort egal also das ding ist ob ich selber auch hier passiert wieso sie so hätten das der malen die wir gespielt der gegner hat davon profitiert so soll es auch funktionieren oder nicht war es oder nicht also im zweifelsfall hat er gleich die nächste aber er ist der ganze druck ist jetzt auf dem auf dem spiel und jeder von ihnen ist kacke ich glaube es kommt mutterhex an die brücke er ist ein bisschen cooler ich will wissen wo die wettbewerbs kommen ich bin den ganzen tag gegen vorwärts fünfte mal oder so ja jeder einzelne das kann doch nicht sein gut weil wir kommen wir gewinnen das ding jetzt du schaffst das ich dachte jetzt kommt so wir müssen jetzt überleben wir müssen jetzt überleben du schaffst das so wie auf geht es wir müssen überleben jetzt kommt flobby wir müssen überleben wir müssen überleben go flobby dann geht auch niemand gegen kumu aus luzlos mugi war er ist aus mugi war das ist mugis siebte account das ist ein community clown geil habe ich bock drauf warum liegt ihr schickert mich ja weiß ich auch nicht weil er nichts setzt und ich habe eine tolle karte natürlich das ist ein problem für dich oder nein jetzt kann ich nur kein hit hat man kitzige sein was gegen so ein cycle fiel was hat er noch was hat er eine anti air karte genommen mega minion ok der wird wahrscheinlich das kommt ne die frage ist was er spielt er hat Feuerball und Bappel er spielt laba und da war mit laba nur laba und nur laba und da hat er jetzt nichts er hat nur grabstein ja der grabstein ist nicht hoch oder nicht ja der grabstein ist ein bisschen hoch gestimmt warum hat er ihn so gespielt und nicht low ne wenn er den grabstein low spielen soll kommen wow spieler den grabstein nicht low komm komm ok was ist der aber ne ich glaube es ist ein balloon cycle letzte kalte freeze oder so ja ja geht das mit ne ach mein digger warum er ja aber jetzt ein paar abwoll auf die motherwich ja ja ich war da war gut oh ok er hat doch nichts ja aber er hat nichts gegen die hat ja was gegen die ramper mit feuerball defensiv war er hat nichts er hat nichts oh du hast gewonnen jungen let's go und verdienst dich nicht 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 so und jetzt wenn du Wixwing jetzt gewinnt dann sind wir back und business jetzt wird's mit dem expo bitte ich gewinne den nächsten punkt mein game ist abgestimmt schademan nächstes gut schademan maverick was hat er gespielt jeu mit ja ich habe mich katgespielt ich sag's dir nicht äh ja sag's dir nicht ich sag's dir nicht hhhahah hehe er hat das deck gewechselt Geil, jetzt hab ich Bock auf flashen! Äh, falsche Rehn! Alarm, falsche Rehn, er hat keine Kraft! Er hat den Skill nicht mitgespielt. Nö, ist ne geil. Ja, dann ist gut. Ja, das ist gut. Ich muss direkt kriegen. Er ist aber auch kein Schramm. Ja, ist halt gut schrecklich. Ist ja ein bisschen schade. Nice, der kann den King hier... Wie wird er den King hier dritter aktivieren, Bro? Ne, 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 wenn er das durchlaufen lässt und der Brawler den vorher killt, hat man manchmal ein bisschen Glück und dann kriegt man... Manchmal ein bisschen Glück, hört sich echt gut an. Ja, dann braucht man ein bisschen Glück. Na ja, auf zu leaken. Nein! Was? Die Rakete war schlecht, warum kein Tesla? Ja, aber wieso hat die überhaupt so was? Warum Nado? Digga, was machst du? Boah, die Zwang. Er hat einen Null X hier, Null X hier. Er ist zu schlecht, ne? Er ist echt schlecht, der ist richtig schlecht. Also er hätte bei seinem alten Deck bleiben sollen, finde ich. Ja, das sind so Leute, die denken halt, Morten spielt nicht mehr, ich nutiere das. Ich bin auch. Also der Typ spielt ja so schlecht, das ist noch krass, weil... Nein, den Babydrain kann man zum Beispiel auf den King Tower machen, wenn er da so ist. Ja, aber er ist scheiße, deswegen mach ich das noch so. Der Typ spielt halt keine Tesla so schnell. Würde ich noch jetzt nicht aktivieren, sag ich doch. Digga, Tesla so gross? Du brauchst halt überhaupt kein Comeback-Potenzial mit Morten Zick. Ja. Naja, in dem Matchup schon, aber... Aber nicht so wie er spielt. Jetzt, jetzt, oder Tesla? Okay, immerhin. Ja, das hat für mich ein schlechter Preis, was auch nicht. Das richtig. Du kacke, Mann. Da kommt er noch dran vom Faktor. Mega-Mean Locked. Ah, das ist so unsatisfying. Ich spiele das jetzt noch wie das Baby-Dragon, oder Mega-Mean. Rocket-Nado, Rocket-Rocket-Rocket-Rocket. Ja, das Rockled ist am Arsch. Wie soll denn das jetzt noch... Junge, er gibt... Er passiert immer das Gleiche und er macht einfach mal einen kleinen Fehler. Ja, richtig. Er muss wieder das Mega-Mean-Deffen. Er ist Low-Key. Unfalls schlecht. Ja, das war gut gespielt. Das ist so kacke, der Typ. Der Typ ist so schlecht. Also, wirklich, Yoga. Ah, na dann. Ja, jetzt. Das ist natürlich... Richtig und wichtig von ihm. Ja, jetzt. Das ist natürlich... Richtig und wichtig von ihm. Scheint mir zu viel zu sein. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Mal Wixmann hat ja nicht mal Nade oder so. Das Match-Up ist so easy für den eigentlich. Ja, ja. Jetzt kommt Matthew. Starkes Spiel, Wixmann. Richtig starkes Spiel. Irgendwann ist einfach broken, was auch hier zu sagen. Richtig und wichtig. Oh mein Gott. Ey, es kann... Oh mein Gott, es wird wild, es wird wild. Es wird so wild. Hey, ich gehe rein. So. Verarme. Und Goku... Oh ne. Ne, es liegt jetzt doch in dieser Flair, ne. Dieser Viro. Warte, warte. Da spiegst du. Oder Bade. Nein. Oder Bade. Nein. Oder Bade. Ich hab's schon mal aufgeregt. 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 Das Match-Up. Nee, hier kommt jetzt. Du musst ganz kurz mal aufstehen. Hast du? Ich glaub, wenn so ein Goku-Tesla hätte, wär's okay. Ich glaub, wenn so ein Goku-Tesla hätte, wär's okay. Let's go. Genau so. Nein! Du bist du Lust? Digga, der Ritter hat... Ja, ne. Eastbilt. Junge, wegen dem Ritter ist einfach der Amix-Bone-connected. Ja, aber hä? Das ist doch eh gewonnen, oder nicht? Ne, das ist sowieso vorbei. Ne, aber ist ja vorbei vorbei. Ne, ja. Ich dachte gerade, der Ritter-Connect, ne? Ich dachte auch gerade, der Stink-Connect. Ja, der ist jetzt bei drei Decks hier. Genau. Jetzt. Ist so low. Jetzt hat er Entfernung. Oh, Junge. Also, der schwitzt grad um sein Leben, so, ne? Oh, Gott, ey. Was für Feuerball drin? Wenn solche Barrels kommen, weiß man einfach so. Ja, die kann ich damit einfach aufgeben. Hey, Matthew, hast du schon die ganze Zeit mit Feuerball gespielt? Ne. Ne, ne, eh. Er hat doch ordentlich mit X-Bone gespielt, oder? Ja. Er hat sein X-Bone-Deck geswitcht, weil... Ja, geswitcht. Der Head-Analyst hat das gesagt. Ja, das war ja fast Feuerball drin. Das war ja fast großgeheben. Junge, weiß nicht, du, die da runtergeclashed haben. 3-4-3, oder? Ja. Solide, ja. Ja, ja. Das muss jetzt wieder gewinnen, weil sonst bin ich von der Drauf und dann haben wir verloren. Oh, nice. Also, wo... 3 wenn Matthew spielt, 4 wenn Morten spielt und dann so 3. Quasi, 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 ja. Hm. Aber bei mir ist es auch so. Also, aber gut, wir haben eh 4 Niederlande, aber das ist egal. Schade. Kannst du das Game finischen? Oh. Oh! Oh! Oh, ich bin der Vogel. Jetzt konzentrier dich. Als ob du es so nicht gemacht hattest, vor. Schade. Ich push dich. Man, du dies. Gut, die Prinzessin ist richtig, Matthew. Na, okay. Jetzt lass uns zerschen. Nice. Weplayed. Das ist an G, der Geist. Ich kann weg. Ich bin im Face, der mich abfuckt. GG, Morten. Yo, Merwig, GG. Okay. Wir haben gewonnen. Gut. Okay. No pressure, ja, der Pressure ist da. Enzo, Bro. Ah, ja. D-Gents. Okay. Der Blitz ist safe. Der Blitz ist safe. Ne, 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 Ne. Ne, 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 Ne. Ne, 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 Ne. Ne, 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 Ne. Der hat den gerade gespielt. Ich bin gerade erst reingekommen. Einmal Doppel-Lightning. Ich bin gerade erst reingekommen. Ich bin gerade erst reingekommen. Oh, der kann das doch gut gehen, ne? Der hat so vor einer Sekunde Lightning für Lightning. Lightning, 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 Lightning. Let's go. Das waren nur 40 Minuten. Weißt du, wie war das so? Okay. Vielleicht hat er gegen das Spiegel. Ist mal ehrlich. Augenmacherei hier. Sinnlos. Okay. Okay, 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 okay. Ich glaube, das geht danach noch weiter. Beziehungsweise, ob du hast die Zeit nach dem Finale gewinnen. Ja, wir müssen gleich mal gucken, wie wir das machen. Also, zeitig schon. Ja, wir müssen gleich überlegen. Wir planen das gleich. Ja. Jetzt gehen wir erstmal gewinnen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Angst vor dem Lightning ist da. Ja. Er muss, glaube ich, mal so einen doppelten E-Join push aufbauen. Ja, das ist doch die einzige Möglichkeit, bei der er es gehen kann. Ja, das ist gleich wieder E-Join. Ne, der ist nicht. Ah, der E-Join. Egal. Gibt's nur für Lightning. Ah, ne, kein Problem. Okay. Okay, 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 okay. Jetzt hat er keinen E-Join. So meinte ich das voll. Ich meinte eigentlich so hinten den 2-Join. Und dann nochmal hinten und dann irgendwann hat er drei E-Join oder so. Ach so. Okay. Ich kann einfach mal Lightning nehmen und Lightning nehmen das einfach. Lightning haben den Eisbus. Das wäre echt geil. Lightning einfach. Lightning, bitte, danke. Och, du Kek, Mann. Digga, Arena ist kacke. Och, Mann. Ja. Okay. Warte, wie steht Team Sam und Carl? Zu 3, ne? Sam und Carl hat drei Niederlagen, oder? Ja. Ja. Okay. Lightning einfach den Eismagier, komm. Dann muss ich gleich ehrlich blitzen, ne? Ey, ich krieg wirklich Schmerzen, wenn ich sehe, wie viel Rockets diese Rayo hat. Diese Rayo hat. Ich möchte a lot of that to be. Die scheint hinten. Ich an der Brücke nicht drin. Lobby, du musst mal an Rosh nehmen. Das ist cool. Äh, 1x1 in Chat, wer ihr alles noch lebt. Lebt ihr noch? Chat tot? Ne, tot ist der Chat nicht, aber ich möchte ja wissen, ob sie leben. 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 Scheint mal Leben. Ja, da sind einige. Da sind einige. Ja, gut, okay. Ja, das ist jetzt. Ja, das ist was ich meine. Jetzt gleich noch den dritten irgendwie. Noch den dritten. Mach noch den dritten. Dann hast du einen riesen Wiebens. Leit den, leit den. Leit den doch kein Eismagier, du Knecht. Leit den, leit den doch, leit den doch, leit den doch. Oh, du stinkst doch. Ja, der Eismagier hat nicht gespielt. Ja, der Eismagier hat nicht gespielt. Der Eismagier hat gewonnen, alter. Ich will das nicht angucken, der ging erst so kacke. Oh, er hatte so Lightning. Oh, er hatte das nicht. Er hatte das nicht. Leit den jetzt einfach mal. Leit den jetzt einfach mal. Leit den doch mal, ey. Wie konnte er da, wollte ich gerade sagen, nur zwei Sachen treffen? Wie geht sowas? Es heißt. Boah, ich könnte kotzen. Kakaosies. Habt ihr rein mit Palmen. Danke dir, Kakaosies. Für den frischen Palmen. Vielen lieben Dank. Ihr wisst ja, den Spalmen ist kostenfrei. Schön, ob ihr Spalmen habt. Und euch das Gameplay gefällt's. Habt gerne rein. Ist ne geile Sache. Ihr geile Lungen. Keine Werbung. Also überlegt euch. Wenn nicht woanders. Aber auf jeden Fall wichtig ist, das zu machen. Okay. Okay. Ich bin gerade überlegen, soll ich immer noch mit E-Dragons spielen? Ich hab bald keinen Bock nochmal von Lightning genudelt zu werden. Yo. Ich weiß nicht, ich hab halt nichts. Ich wollte Hexe nehmen, zum Beispiel. So, der Hexe ist irgendwie noch weniger. Hexe. Hexe ist ne gute Karte. Oder Infernal Dragon. Oder Nightwatch wieder. Ist auch wenig Lightning mehr hier tatsächlich. Echt? Ja, heute wird noch Clash-Quest kommen. So, dann kann ein Bot den Command aktualisieren. Heute kommt noch Clash-Quest, ja. Heute nach Late-Night. Ich nach Late-Night. Ich nach Late-Night. Ich nach Late-Night. Wer ist mit Love-Own? Keine. Keine. Ich hab' den Ballon wieder auf. Morden Talks, ja. Komm. Nur weil ich irgendein E-Dragons spielt auf die E-M-TOP. Wrecking-Ball. Okay, ich bin Wrecking-Ball. Das ist ein guter In-Spo-Spieler. Echt? Wrecking-Ball. NIE. NICE. War's deine erste Karte Feuerball? Ich hab's jetzt nicht... Ah, okay, ne Woll. Wow! Die Rakete sitzt aber. Es ist einfach X-Bump mit Rocket, wisst ihr? Ah, ist der Naja, wo ich schon so rein, ich find's nice hat hier. X-Bump. Äääh, er hat Eisgeist. Oh, Junge. Was ist der denn für ein Eier-Pfeil-Typ. Hä, wenn er gut X-Bump spielt, gewinnt er das. Ja. ich bin gespannt das manchmal gespielt ja das hat sich damit eigentlich auch gar nicht mal so bad hat sich ist so gut also gut ja ja der eine ton und noch ab und eventuell eventuell nicht ganz sicher noch weil wir sind jetzt schon jetzt kommt noch einigen dazu und dann das problem ist actually er kann die rockets nicht offensiv werfen er muss also noch nicht jetzt und er kriegt niemals die also wir sind eigentlich immer leidigen wirken einfach den mord ignorieren jetzt vielleicht geschah was jetzt passiert ich finde gut dass das lockt vor dem printschutz kam das hat so busted alter ich hab mir 1080 ti drin als grafikkarte und ich habe ansonsten keiner prozesse irgendwie in die sechs kerner aus 2018 und allein ich sage das macht der gute gegner ich sagte in sechs kerner ok zuhören auch hier wäre der eismagier puken oder? ich weiß nicht ich mach 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 doch du hast ja latency super ist der ab там rappe lork das ist ein l�� law f 2 1 Das ist der beste Spiel der Welt! Nicht du? Nein! Nein, die Welt! Lock! Er hat Lock, er hat Lock, er hat Lock. Lock? Junge, also... Was macht er? Er lebt dein Rimmel. Also wenn er das gewinnt, dann zieh ich meinen Hut, Junge. Der spielt echt stark. Wie viele Hügel hast du? Junge, ich hab großen Hut, Digga. Okay. Was macht's? Nee. Der kann jetzt eigentlich ne Rakete überwarten. Ja, eigentlich schon. Das ist jetzt ne Rakete. Zwei Rakete, setzt zwei Rakete, setzt zwei Rakete, setzt zwei Rakete, setzt zwei Rakete. Der letzte davon compared with Rocket, jawoll. Oh mein Gott, es geht los, 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 wir sind dabei! Oh mein Gott! Der macht das ganze Game keinen einzigen Fehler, what the fuck. Das geht's okay. Rocket Lock Offensive. Das Problem ist, dass der ich, der ich... Nein, der ist im Sieb, nein, der ist im Sieb. Rocket Offensive! Der Mord ist im Turm! Der Mord ist im Turm! Oh mein Gott! Der Mord ist im Turm! Oh mein Gott! Alter, hat der stark gespielt! Oh mein Gott! Jetzt war so krass... Ist das... Ich hasse... Nee, Karl hat jetzt nur ganz, ganz doll Druck. Jedes Team kann durch eine Liederlage rausfliegen. Oh mein Gott! Wenn Matthew spielt! Ja, wenn Matthew spielt! Absolut! Also nur Matthew kann nicht rausfliegen, wenn er verliert! Oder anderen schon! Das ist mega, ne? Aber diese Archers... Diese Archers haben einen solchen gecarried für ihn! Die waren so broken! Es wäre mega geil, wenn Karl jetzt gewinnt! Weil dann... Haben wir einfach eine kleine Pause! Dann wird das Finale kommen! Und dann machen wir danach... Kommt dann das Finale! Das ist 4-4-3 jetzt! Nee, nee! 4-3-4! Gerade! Und Karl hat Pressure jetzt! Aber das ist jetzt das letzte Game erstmal, ne? Ja! Das erste und das letzte Game! Ja! Danach ist Pause! Dann kommt WM-Finale und dann... Machen wir weiter! Tesla! Ich bin Space-Cycle! Wie verteidigt du das jetzt aber? Tesla regelt auf der einen und auf der anderen kommt gleich Rocket, wenn Blue kommt! Oh mein Gott! Stark spielt Karl! Was ist das denn, Digga? Bei Cura an der Brücke oder was? Ja, aber du musst nicht einfach zu verteidigen! Meine Drachen sind irgendwie broken, hab ich das Gefühl! Ja, aber ein Drachen und ein Mega-Mili! Wenn Feuerwehr selber auf Eis wird! Kann er da irgendwas machen, ne? Ja, Tesla plus Skelleys! Nado! Das ist Naden halt! Das kommt nicht gut! Und? Jetzt müssen Loon und Päuse kommen! Nein, nein, nein! Ich meine Rakete! Ich meine Rakete und... Ja, ja! Würde ich jetzt Ballon werden gehen, würde er halt meinen Nabo und eins, wäre nicht so nice! Ich glaube, der Gegner kann das gewinnen, so der Meiner-Chip wieder! Ja! Zwei Tests auf dem Feld! Er hat eine Rakete! Na, ihr habt recht! Der kann gleich, der kann gleich finden! Der Poison-Carriert richtig! Ja, ja! Der Poison-Carriert richtig krass! Ja, ja! Der Poison-Carriert richtig krass! Ja, ist gut! Gute Lauer! Der Poison-Carriert richtig krass! Die Frage ist, hat er die Balls? Nein, er hat sie nicht! Er hat sie nicht! Das ist so schlecht! Das ist überhaupt nicht okay, Morten! Er hat verloren! Er hat verloren! Er hat die Hälftegegenheit, wo es drauf ankommt, Digga! War wichtig! Sonst hätte ich hier nicht mehr antreten können danach! Ghost Rider, was ist das? Okay, Pfeil, du schaffst das, du schaffst das! Ghost Rider ist kein Film, oder? Ist der gut? Ist der gut? Doch, ist ein Film! Stimmt! Klar! Ich liebe die Filme! Hey Pfeil, 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 Pfeil! Ja? Kannst du mir den Gefallen tun? Verlieren? Ja! Nein! Okay! Wer nicht! Geil, Mutter! Ja, das hast du Bessie jetzt schon gewonnen! Oh, Mann! So lucky! Pfeil? Ne, ne, ich muss... By the way, wie ging das WM-Spiel aus? Ey, wie ist die Dau gegangen? Ja! 3-0, war aber relativ verbunden! Ne, komplett ein-nötig! Das war komplett ein-nötig! War aber relativ klar, oder ne? Ja, das war wirklich komplett klar! Du bist der Geilste! Let's go! Ja! Du bist der Geilste! Du bist der Geilste! Ja, Mutter-Hexe gegen Grape hat halt! Hä, das ist das heiß! Okay, let's go, Lucifer! Lobby verliert das Ding! Ha, 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 ha! Ey, Killer! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ah, Doppelbait! Ich spiel Doppelbait! Ich spiel Doppelbait! Oh, Doppelbait ist gefährlich! Okay! Nice, das Holz! Doppelbait! Ich glaube, er nimmt dich auf! Ja! So, nie wie er spielt das wieder! Wenn ich jetzt... Doppelbait, Lobby rausfliegen jetzt! Und wir auch! Dann müssen wir uns noch mal ein bisschen stechen! Ja, dann gibt's ein Stecker! Ja, dann gibt's am besten! Ja, einfach alle! Einfach einfach stechen! Einfach einfach stechen! Ja, Leiter ist gut für Lucifer! Junge, Lucifer, komm, kämpf! Oh, Alter! Tesla wär's so geil! Warum immer entfernen, Oman? Ich höre schon mal so viel! Ja, weil die Leute alle keinen Bock auf Guldum haben! Und E-Join's! E-Join ist Tesla aber eigentlich nice! Was ist denn das jetzt hier? Naja, aber G-Lightning? Ich bin jetzt jetzt, oder? Oh! Nice! Ja, aber weil du schon recht wohnen! Ja, man kann... Lightning entfällt, aber das ist noch schlimmer! Jetzt rein! Komm, Spammer! Ja! Ich finde, man kann... Ich esse das immer so eklisch Spiel! Ja, ja! Weil die so komisch... Weil die halt einfach eine andere... Andere... Oh, ja! Oh! Seht ihr das? Seht ihr das? Was? Ich hab' der Klingel wieder... Aber das ist alles... Ähm... Okay im Bereich! Ja, ja! Der Rix mit ein bisschen Clash, aber... Unglaublich! Äh... Wir gewinnen gerade! Ja, das ist relativ even, ne? Relativ even! Aber wir kommen ja gleich in Triple, Hany! Ist die Triple nicht nicer für X-Pill oder? Nee! Ja, müsste nicer sein, eigentlich! Alter, das ist wieder der Fitch! Naja... Nögt mich aber nicht, ja! Aber dafür hat Bixen jetzt auch ein bisschen X-T durchlaufen lassen und eine angenehme Situation sich gearbeitet! Der hat keine Rocket Zone, von daher kann ich... Mami ist echt nice! Ich glaube, ich muss kein Wert auf's packen! Er hat gar kein Spell! Er hat gar kein Spell! Oh, so No-Skill! Das kann ich ja jetzt den ganzen Tag machen, Bo! Das sollte aber kein Level sein! Ich hab immer Poison, ja kein Spell! Sein Kobold-Fast-Placement! Sein Kobold-Fast-Placement! Oh, das ist nice! Das ist stark! Ein gutes Lauf! Oh, klar! Ja, aber rechts! Oh, rechts ist nicht so geil! Aber auch Cyclet jetzt! Aber bringt nichts! Na so'n Scheiß! Ja, fahr ich mal! Das war gut von dir, Big Spin! Er hat wenig Elixfehler, sehr wenig! Nein! Oh! 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 Oh ja! Let's go! Let's go! Big Spin! Bitte, bitte, bitte! Ah, Digga, was? Der Gegen ist die Scheiße mit Lockbait! Ich weiß nicht, wie er so viele Sieger haben kann mit Lockbait! Diese Barrels! Da sind's nicht! Weißt du, wir haben ihn lieber in Schlecht? Ja, wir müssen ja mit Felder entspielen! Hallo, rechts! Hilfe! Ja! Es genäht! Er muss halt Damage machen, glaub ich! Ich glaub ich nämlich auch! Irgendwie? Ja! Ja! Er rafft das nicht! Ganz nice! Brauchen wir aber auch, glaub ich, nicht raffen, oder? Ja! Das kann ich nicht so hin, das wäre ich tatsächlich! Oh! Es wird immerhin kein Damage mehr! Ja! 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 Was macht er denn, Juni? Er wirft die Scheiße so an die Pampa! Ja! Ja! Einfach aus der Arena gespüßen! Ja! Nee! Geil! Ja! Geil! Ja! Das ist nicht gut geclashed! Beherrlich! Aber! Jo! Dennis! Hallo! Will der mal Outzygang vielleicht? Ja! Ich möchte früh! Ich glaub er schafft das vielleicht! Vielleicht! Vielleicht schafft er das am Ende einmal! Und dann reicht's einfach, wenn ich bin! Oh! Ja! Ich denk die ganze Zeit, Game ist vorbei! Aber Game ist gar nicht vorbei! Ja! Es ist vorbei! Ja! Also wegen... Also es ist vorbei eigentlich! Ja! Es ist... Nur bei den Min! Danke, Back Warrior! Ja! Da ist jetzt Schaden! Nice! Ich hab's geschafft! Geil! Ich hab mich verloren! trade so und du schon mal wie krank ist! Oh wir sind dann cool, Situation entweist! Richtig und richtig entwichen. Jetzt kommt Matthew und Morten, oder nicht? Ja, jetzt kommt M&M. Matthew kann verlieren. Matthew kann verlieren. Morten nicht. Ich darf nicht verlieren. Ich finde es richtig vorgelegt sogar, Penny. Wer bist du? Das nervt mich. Oh, nee. Das ist doch ein Stream-Slide. Der will. Aber ist egal, Matthew. Selbst wenn du verlierst, das ändert nichts für Morten. Es ändert nur was für dich für die nächste Runde. KK1? Na, let's go! Ja, so wichtig wie X-Bug! Du bist so schlimm! Geil! Ja, aber du hast... Das ist kein Snipe. Also mit dem Deck snipe man ja nicht. Das stimmt, ja. Der spielt jetzt hier. True. Ravier. Das ist eigentlich ein Schreck. Ja. Aber es ist ein deutscher Spieler. Es ist ein guter Spieler. Das wissen wir auf jeden Fall. Ja. Der kann clashen. Prost! Ja, das ist aber tatsächlich ein Deck. Das gibt's. Ich dachte, vor so einem Monat hätte man gedacht, es ist ein Copyright. Ja. Es ist halt schon wieder X-Bug so. Oh, fuck. Oh! Alles gut, Juli. Wir bleiben entspannt. Ja, es ist Mut und möchte auf den Gegner. Hm. Ist das? Ist das? Ist das gut? Ist das gut? Ist das gut für... Ringen? Glaub. Ja. Oh, Matthew, Mann. Babyjacken, Greyhound, Ballon, alles rein. Und Greyhound jetzt. Da muss halt noch ein Loon kommen eigentlich. Aber, okay, Alex, hier siehst du das? Hier siehst du das. Ja. 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 Ja, das war nicht so gut. Ja, das war nicht so gut. Gib den Fisch. Mir ist jetzt aufgefallen, dass er Loon und Greyhound spielt. Krass! Nice, er ist jetzt aufgefallen. Ja, mach mal Hallo Akama! Bowling. 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 Wie geil. Kann mir das auffallen. Können wir uns bitte nicht so authentisch machen? Ey, der ist dran! Seht ihr das? Ja, sehe ich nicht. Wie sieht man das? Das ist eine Brille, Digga. Uuuuuh. Ich will das jetzt loggen, damit das nicht so viel Damage wird. Junge! Da ist mein Baby Dragon. Es gibt viele Menschen, die sind manchmal im gleichen Körper. Jetzt ein Ballon Greyhound einfach. Ballon Greyhound. Das ist Karl Green Potato. Ballon Greyhound. Nicht entfernen und dringen. Ballon. Was ist das denn nun jetzt, Junge? Spreng dich doch mal ein, du Dreck. Ich glaube auch Loon Greyhound wäre der Wuch. Rechts, rechts. Loon Greyhound, rechts. Ja, rechts Loon Greyhound. Egal, was ist denn auch ein Baby Greyhound? Uli, das bricht. Dinger, was ist das für ein Cut Freeze, Mann? Wie du mich beleidigst, Junge? Das ist echt so, chill mal. Er spielt irgendeinen Random Deck gegen einen X-Bogen, was für drei Jahre spielt. Wie, ich spiele dieses X-Bogen nie. Na, Junge, halt der Maul. X-Bogen ist ja alles die gleiche Brühe. Du hast dann mit irgendwie 23er-Filch die er scammt. Nee, das war ein Locker. Warte, 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 der Baby Dragon. Warte, 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 der Baby Dragon. Du hattest doch... Ne, du hattest doch... Ich hab das Spiel auch das erste Mal gespielt, was ich verloren habe. Du hattest doch damals... ...de irgendwie dieses Finish erst gennt. Ne, vor Peo und nach einmal gewinnt. Ne, ne, damals, way back. dabei 23 das war vor drei jahren oder so und da hat mich dass ihn die ganze zeit übel gelingt am besten links und es ist ja jetzt perfekt ist ja was ist wo ich gar nichts weiter gar so ruhig der karte ist machen das müsst ihr realistisch sehen Jörg nichts auf. Kannste Battlepanner? Hier ein Mann. Der Bowler? Der Bowler, Junge, was macht der? Bowler ist eine ruhige Karte. Jetzt rechts, rechts, rechts rein! Jajajaja! Komm ich freeze die Archers! Jetzt machst du nichts oben! Das ist nicht relevant, Dathen ist einfach nur nicht mehr verloren. Let's go! Oh mein Gott! Was ist hier, Matthew? Alles gut Matthew! Alle Teams auf der Vier! Spannend wie nie. Spannend wie nie, Alter. Spannend wie nie gerade. Ich fasse das nicht. Der war scheiße, der war komplett shit. Das stimmt, das war die... Freize mit sehr, sehr vielen Problemspielern. Problemspieler. Der Arme. Der Ryder. Der Arme, der hat Magier. Der wird gleich Magier hinten spielen, du wirst einen Rocket drauf. So ein geiler Tester gegen die. Einfach geil. Einfach geil. Masha'Allah. Keine Ahnung, warum machen wir auch nicht so die Value? Jetzt mach mal weiter. Ach so. Ja, ja, genau, mach ich auch nochmal. Noch ein bisschen Value geben, oder was das? Ja, also nein. Ja, also nein. Weiße. Oh. Oh. Naidu? Naidu? Ja, Grafis meint ich. Meint ich Naidu. Die Medien sind broken, machen's... Die machen gar nichts. Die Medien sind broken. Es war ein nice try, aber... Lass uns klärchen, meine Söhne und Söhneninnen. Söhninnen, ah, so wird gegendert, I know, I see a real point. Junge, jetzt, woher hat denn, woher hat denn Spielfeld, woher hat denn Spielfeld jetzt das Bild, Junge? Woher hat denn, ich glaube, ich habe das in die Modgruppe geschickt, glaube ich. Oh, du bist so ein Knecht, jetzt habe ich gerade den Sticker von dem gemalten Bild in meiner Modgruppe gesehen. Ja, hä, ist doch geil, hä? Junge, jetzt senden die immer mal einen Sticker rein. Da hat sich jemand mega viel Mühe gegeben. Das war ja voll. Er hat sich halt nicht so gut gezeichnet, aber er hat sich immerhin Mühe gegeben, kannst du das nicht? Junge, Mühe geben ist so wie Stinkefinger. Was? Ja, kann man, Digga, wenn irgendwer mich abfuckt, dann sage ich dir, du hast die Mühe gegeben. Ach so, ich sage, konzentrier dich. Und so, ja, das fackt noch mehr ab. Wie? Also, ich fiel mit bisher relativ komplett, mein Gegner ist hart scheiße. Also, wirklich hart scheiße. Da gibt es nicht Mühe, da gibt es nicht Mühe. Oh, 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 ich habe es ganz genau gesehen. Ihr auch? Ihr auch? Ja, das ist irgendwie ganz schmal. Ich will mich schnell, wenn ich schon dreimal verloren habe. Ich mag diese Pöscher nicht. Zehn. Zehn. Oh, das ist ja richtig geil. Oh, das ist ja richtig geil. Kann er aufhören in den Poison rein zu fließen? Kann ich jetzt brechen anfangen, ja? Digga, die Teslas bei dem Hessler. Alles gut, Regen. Alles gut. Davon war jetzt auch keiner ausgegangen. Ich denke so, oh, der Morten zeige ich, Tesla, ich mache das gleiche, aber irgendwie funktioniert das nicht. Oh Gott. Schwierig. Oh, bock! Standgehalten! Schwierig. Alter, jetzt sind's wild. Sam und Karl beide in einer Doppel. Wir waren auf das Eins, oder? Ja. Ich hab vier Loses schon, Junge. Ich hab vier Loses. Oh, jeikes. Wait, du hast vier? Ja. Wenn du verlierst, dann darfst du alleine die Zehnsabgiftspläne. Holy shit. Das ist natürlich übel. Kann ich irgendwo her, Digga. Das hat noch niemand geschafft bisher. Hat noch niemand geschafft. Machen bitte noch mehr Druck. Wir hatten drei letztes Mal, aber vier hat noch keiner. Fünf wäre krass, Sam. Aber man muss sagen, du hast auch ein Deck, wo du keinen Eis mehr gespielen kannst, ne? Wenn ich gleich verliere, hab ich auch fünf. Jetzt noch alle im selben Boot. Du hast aber nicht alle fünf geholt. Weißt du, was ich mein? Sam stand auch zu eins. Ach so, Karl hat auch ein Game verloren? Ja. Ja, dann ist doch egal. Es ist ja nur, wenn einer alle fünf verliert, weil dann hat der andere ja wirklich nichts dafür. Dann wäre das so... Ja, dann ist egal. Aber fuck, Matthew und Morton haben jetzt auch vier, ne? Ja. Wir holen immer auch vier. Ist doch nice, oder nicht, ja? Ja. Kannst du aufhören, geile Decks zu haten, Sam? Ja, das ist halt so... Ja, das ist halt irgendwie... Ja, das ist halt so... Ja, das ist halt so... Ja, das ist halt so... Du hast irgendwie erstmal einen Sohn. Der geht down, oder? Ja. Oh, Budi! Oh, wow! Du, 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 du! Du, 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 du! Ja, das ist ja du, ne? Kannst du nicht machen, kannst du es machen. Sparky! Ja, du kannst es machen, du kannst es machen. Ja, du kannst es machen, du kannst es machen. Ja, du kannst es machen, du kannst es machen. Du hast halt E-Drag rausgepackt und schlicht gegen Sparky. Ich hab vielleicht zum E-Drag gehabt, weil ich das easy geworden. Das fack mich so ab. Du hast vorfallen, weil du Eis-Mager nicht hattest und E-Drag spielst, hast dann ge-changed und dann spielst du gegen Sparky. Perfekt. Platz drei steht fest. Es sind Sam und Karl. Schade, Sam. Geil. Aber Karl hat halt beide Male, letztes Mal zwei Niederlagen, und jetzt eine nur gehabt. Nur eine Niederlage. Ja, ich hab ja letztes Mal genauso. Ich glaube, du darfst keine großen Kürtel spucken. Du hast gerade drei Niederlagen. Ey, das Ding ist, wenn ich jetzt verliere, Big Spin, musst du, glaube ich, trotzdem spielen, weil die ja... Ach, egal, ich geh einfach rein. Ja, muss ich. Ja, weil die Team uns auch verlieren könnten. Niemand. Okay, du gewinnst aber. Gegenaufblick nicht. Das ist Igor. Ah, safe. Ja, bestimmt. So, da ist das Bush-Slam. Das Ding ist, die Naturgesetze zu besagen. Moten wird über Zweite, deswegen ist gar kein Problem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. I'm sorry. Das hat er da reingeschrieben. Ich kann jetzt dafür. Hm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Darf man nicht restreamen? Nein. Hä? Hä? Null. Null. Ey, darf ich dir dein Auto klauen? Schlechter Vergleich aber nicht. Schlechter Vergleich, ich laber nicht. Also ich finde Autoclown schlimmer als... Wie es stimmt. Ja. Ja. Also du hast jetzt irgendwie so ein Schrottauto, was eh kaputt ist. Ich darf nur hieß zu ihm. Nee Lukas. Du darfst nicht. Das ist alles spannend für uns. Oh, warte kurz. Ah. Ich hab's ja gar kein Auto. Deswegen ja. Damit ich mir keiner klauen kann. Das ist clever. Tatsächlich ja. Lukas, aber du bist ja eigentlich kein Zapp mehr. Was denn das? Hast du mittlerweile mal Paypal? Junge, er war gefühlt zwei Wochen gebannt, Junge. Ja, aber das erste, was ich machen würde, wie ich anwend' wäre... Big Spin. Einfach, wie wir es haben, hä? Also, das verstehe ich gar nicht jetzt. Selbstverständlich. Ich verstehe gar nicht die Frage. Du bist bei dem Flordestrobium. Du gefällst mir grad. Aber wieso hat Lukas keinen Paypal? Das ist solide. Kann irgendwer schenken. Stinken? Schenken. Achso. Stinken geht auch tatsächlich. Noch. Ich schnurre schon seit 13 Monaten. Ne, du hast einmal selber gesappt. Ähm, Bro. Wie krass hat er Bruder von Lukas? Boah. Ihr habt alles eine Legslammer. Shut up, Lane. Keine Vornehmung hat er wirklich für Lukas einen Zapp raus. Ich fasse es nicht. Ja, das ist so. Hatte Paypal, aber Tenniswetten haben verkackt. Was meinst du? Die Zappswetten, Jürgen. Warum wettest du an Sportarten, wenn du keine Ahnung hast? Ey, für den Punkt oder? Nein, nein. Leute! Das ist Flobby CR. Und der ist gar nicht gut gerade. Nein, das ist ein Leger Ritter du kriegst. Aber trotzdem reicht es. Das andere Mann. Der Typ macht den Double-A-Küsche. Ja, der Gegner hat Potenzial besser zu spielen, glaube ich. Krass Junge. Hatte viel Geld auf Care, aber sehr, sehr viel Geld. Och Junge. Tenniswetten. Tenniswetten. Also da muss ich echt los. Wir kennen keinen der Millionärs nicht Wetten. Nee. Es gibt so einen, der wurde durch Pferderennen das Reich. Aber er hat irgendwie nur Algorithmus angewendet. Ah. Ja, aber es ist ein Tenniswetten. Ich weiß noch mal. Nee, es sind keine Pferde. Wenn du so mit 10 Euro spielst. Der war schon längst da. Alter, Flobby. Okay. Okay. Manchmal mag ich dich sehr. Und heute ist so ein Tag. B, B, C, Q, B, C, Z, Q, Q. Danke für dein Prime. Warte. Wie viele Subs muss ich jetzt an wen giften? Fünf an mich oder an Bobby? Noch gar nichts. Ja, warte. Hä? Ja, wir haben gewonnen, hä? Nicht jinxen, nicht jinxen. Wir haben gewonnen. Ja, aber nicht jinxen, Digga. Ich gewinne einfach, hä? Ja, okay. Jana. Jana. Sam und Carl sind schon raus. Geil. Kann passieren. AMG bedeutet an mich glauben. Fuck. Erregen. Ah. Ja, nicht so gut irgendwie. Ach, der hat so'n Knecht der gespielt, ne? Ja, ja, stimmt. Oui. Vorwurf. Okay, okay. Matchball besiegt, Digga. Yo, Team The Clash hat OPPs. Was geht, Udi? Ich weiß nicht. Woher? Lucas hat aber gutes Matchup, glaub ich, gegen den. Der hat drei Karten in die Luft. Der hat E-U ist gegen den. Oh, jetzt. Rayman, 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 Rayman. Rayman, 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 Rayman. Rayman, 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 Rayman. Das Riff in der Klammer, Jana, ist wichtig. Du machst so'n guten Job, Jana. Das wärstens für'n Freeze, aber. Na ja, der denkt ja auch, der ist selbst gerade so. Kannst du deine selbst? Ja, der Baller, ja, der Baller carried seinen Arsch, leider. Nee, der Baller carried seinen Arsch, leider. Nein, der hat ja neben geschwungen, egal. Ich habe schwungen. Er splashed das nicht. Ja, der dreht sich um, mühl. Hallo? Kann der den Bollard benutzen? Nee, der hat es gesagt. Schade. Ich kann ja wieder antworten. Cage, Mega Man, Iris. Ich bin ja auch so eine Kacke hier zu machen die ganze Zeit. Ja, geht doch mal rein, wenn das Mega Man aus dem Cycle raus ist. Das ist eigentlich guter Play. Ja, aber nicht bei sowas. Der Freed war sehr, sehr aggro, das wird aber ein Hit. Das ist ein Hit, oder? Ja, das ist egal. Boah, der Troller. Der ist mit der Krise. Der gewinnt das! Ich bin mir sicher. Ja? Ob der nicht zuwächst bin. Das Jean snipe uns hier. Ist mir egal, ist gut. Ist noch nicht durch, das ist noch nicht durch. Morgen KS. Der Regen. Der Regen. Das ist ein deutscher Spieler. Hä? Krass, wenn du den 1, 2 da oben spielst, kannst du den Ballon nach links drücken. Alter, blanke Karl, holy shit. Blanke Karl, jonge. Er ist endlich das 1 der Welt, bin ich. Der Bowder ist so geil, jonge. Der Bowder ist immer nice. Der hat keine Beküge. Er hat halt keinen Small Spell. Das ist das Problem, du glaubst. Der hat nur ein Nado, ne? Ja, weil wenn er irgendwie mal so... Ja. Und er kann irgendwie nicht reingehen. Kann er irgendwie die King Tor cool anmachen, so mit ganz viel Drip? Drip. Drip. Jetzt will er links reingehen. Der muss reingehen. Der muss reingehen. Jetzt muss er reingehen. Ah, jetzt wird's klebrig. Der muss jetzt ein guter... Er braucht Nado defensiv. Er muss schließen. Das ist okay. Oh! Death Damage? Death Damage? Death Damage? Ja. Schade, Digga. Egal. Egal. Also, ihr beide müsst jetzt in diesem Run noch gewinnen, ne? Ja. Wir müssen beide gewinnen. Oh my god. Wir müssen beide gewinnen. Warte kurz. Hab keinen Bock, den der Regen zu finden. Warte kurz. Warte kurz. Aber wenn ich raus bin, dann haben wir verloren, oder? Ja, auch wenn Matthew verliert, dann... Ja, aber wenn einer von euch verliert... Ah ne, stimmt. Nur wenn Morten verliert. Ja, nur wenn Morten verliert. Ja. Ja. Okay. Los, Matthew. Wir beide gewinnen einfach. Houdini ist am 21. Monat. Digger! Ich hab kein Support. Ja. Oh, das ist Tschutsche. Hoffentlich spielt Tschutsche nicht wie Suche. Tschutsche. Hä? Der Regen jetzt kannst du aussuchen. WTF? Was ist das jetzt hier? Ich warte jetzt bis ihr durch seid. Was ist denn das für ein Keck-Movie? Danke dir. Der Regen wird zum Augenmacher, hä? Danke dir, hä. Gegen mich gewinnt er und jetzt in die Konkurrenzspiel wartet er. Hä, ist doch okay, er hat doch gegen Matthew auch gespielt. Ja, okay, stimmt. Und gegen mich hat er sogar schlechtes Matchup. Weil ich hab Feuze und Rakete. Ja, er macht's aus Selbstinteresse tatsächlich. Das erwartet. Es ist eh schein. Matthew, du hast ein gutes Matchup. Gegen mich hat er, glaube ich, auch nicht so gutes Matchups. Also, ich glaube, in Morten und mich würde er halt wahrscheinlich Matchup-Wise eher verlieren. Wie gewinnst du es? No, no. Matthew, Dustin, nicht einringen, du verlierst. Geh-Wertspieler, die wissen das Game nicht so richtig. Na ja, schauen sie gleich noch mal für mit den Plätzen ab. Ghostrunner ist in 13 Monaten. Vielen Dank Ghostrunner für deine Monat und Reise. Halt in den Start. Junge, danke für den Support im Chat. Wie nett seid ihr? Lass uns alle dancen. Wie nice. Matchup, ja. Matchups. Okay. Die Frage ist, wie wichtig ist Single normalerweise? Single-Lix-Time in dem Matchup. Ist das wichtig? Braucht man das? Na, kann da schon gut Damage kriegen. Aber es soll da eigentlich klar gehen. Okay. Ja, ja. Aber du hast keine Rockets zum Zückeln, ne? Ja, ja. Die Feuerbilder, die misst ja regelmäßig. Junge, blickst du. Was ist denn mit dir? Du, endlich das Matthew war sauer. Seid du? Es hat lang genug gedauert. Es ist halt so. Es ist ein Graveyard-Spieler nicht ganz auf der Seite ankackt, Digga. Was war das jetzt? Wut, grad. Wut, grad. Wut, grad, wär weg zum Zückeln ungetime-outet, Digga, Bro. Wer? Silenzius Youtube. Er hat geschrieben. Mh. Wahrscheinlich jetzt irgendwas komplett, keine Ahnung, Digga. Will mich jemand timeouten, haha. Achso. Das ist schon arm. Und dann flexen mit dem Timeout, wie da ist. Also. Das ist schon arm. Das ist schon arm. Was ist denn so broken? Was ist denn so broken? Was ist denn so broken? Oh mein Gott. Mein Gott. Ich glaube ich. Okay, nur eine Frequenz hergegangen wäre, hätte ich nicht mehr hören können. Eine Oktave höher, sagst du? Ja, keine Ahnung, wer das nennt. Ne, das ist nicht. Ne, das ist nicht. Ne, das ist nicht. Ah, geil. Ja, Tom getroffen. Wichtig. Äh, die Seite, äh, die, die, die ist kaputt zum Teil, glaub ich sogar hier mittlerweile leider. War's kaputt. Chat, ruhig, geh mal wieder. Da sind Seiten gerissen. Was schiefst du? Naidou? Naidou? Oha! Naidou? Naidou! So kann Naidou. Warum Naidou den Lachs nicht einfach rein, ich verstehe es nicht. Udi entspannt euch. Es reicht, Chat. Es reicht. Was? Die Lachs nicht. Oha, was ist das? Hehehehehe. Hehehe. 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 Let's go. Aaaaaaaaaaaaas, wie schlecht. Hehehehe. Hehehehe. Aaaaaaaaahhh. Jeuji, hier nicht. We müssen hoffen, dass Mercki wieder disconnectet. Haha. Wie nice, I'm all disconnect. ja mag das hat er gut geclasht es kommt zwar in der brücke links man er sollte man anfangen seine gescheit zu spüren ich wieso dort leiten in die wiese mf für spielen zu sehen ist echt sehr mürbens wenn wir das da kann es einfach kaputt gehen jetzt leidigen jetzt wird's gut jetzt muss gut jetzt haben wir fußballspiel jetzt haben wir ein fußballspiel jetzt haben wir ein fußballspiel es war kreisliga aber es ist ein fußballspiel richtig ja oh mein gott das heißt wenn mord gewinnt ist es eine verlängerung das ist eine verlängerung ja finde ich cool aber ehrlich gesagt ich finde es auch cool ich muss halt gewinnen ich muss halt gewinnen ich muss halt gewinnen gegen kira wer ist das wie viele Niederlagen hat Matthew noch nicht voll noch nicht voll auch drei oh no dude ne zwei drei hat er ja oder vier oh no dude golem bitte kira kira du bekommst das hin okay das könnte gab es jetzt mal so ein tünstler kira nightly oder so hieß das nicht an der Musiker oder so irgendwie bring es hart nirght man also wenn bix und ich das ding noch gewinnen dann muss ich aber auch los alter das wäre so lässig das wäre echt krass aber du hast nicht auch die characters hast du lightning spiel doch dein lightning ja ok dann musst du durchcyclen verständlich war das gut ne ja aber gut war gut also das war er hätte zuerst eigentlich spielen sollen aber es war trotzdem so oder so gut der gewinnt das ding ja das gewinnt blammerjack wäre nice wenn er den noch hätte für den rage das beste ist dass der cage hat weil er kann den einfach auf die dings stellen und dadurch spart er halt nix hier und der ist immer noch im backup oder verteiligt ne war kira zum beispiel also das ist unglaublich gut auch wenn es nicht so aussieht als gute schuldig das wird super schwierig wenn morten das gewinnt ist er an gott wenn er das gewinnt ist er an gott ok diese poisen sind zu gut hey morten wenn du jetzt mal hier ist hast du leider weniger lang die golem so das wäre ziemlich nice nice lieber golem vor allem ohne first play aber bisher sind wir dabei noch mit dem damage ich weiß nicht was ich tun soll vielleicht 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 der der weiß halt was man dann machen muss naja das spielt gut das spielt gut der spielt das auch richtig gut an der von ihm aber jetzt kommt er in die situation wo er zwar nicht viel damage bekommt aber jetzt hat er ein mega elixierpartei und kommt in nächstergrund mehr ja es ist doch gut dass er einfach immer weiter im grunnen trippt ne ja morten dann kann es ja nicht parisch nun krass wenn der grunnen brücke ist echt echt heftig echt heftig holy shit so loon grey hat an die brücke wäre ein nice für morten aber hat er dann noch nicht jetzt lightning 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 hat er halt den turm getroffen dann würde er jetzt so 800 schaden mehr am turm haben ja also sagen wir den turm nicht trifft ist alles gut ja eher oder danke tobi ich habe gerade einen schwelle er meinte tobi meinte dass er 10 euro an die verniere gibt hehehe 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 lecken 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 das ist ja das ist ja hm hm lecken ja gut leider lecken ja gut lecken ja gut lecken ich habe gerade recht er muss echt den turm treffen lecken ich weiß nicht irgendwie das ist ein guter lightning für mich ja weiß nicht weiß ich nicht die tesla kriegt value nicht recht man muss mhm heu sein und jetzt machen wir Edo und dann ist alles wieder vorbei der war ein bisschen gepackt nicht der wohl ist kommt der zu rocken oder so kannst du nein nein wir haben ja alles wir haben ja noch einen wir haben ja noch einen ich habe so ne kleine vision ne kleine vision ne kleine vision böse jetzt kommt second light ne die poison rocket ist recht guck mal jetzt fängt er an die turm zu treffen und jetzt gewinnt er halt oder holt er halt auf aber der hätte erst mal voran machen müssen nach dicken richten nach links spielen nach links spielen oder nicht immer nach rechts auf die jester direkt gehen die hat jedes mal in den poison das ist oder oh oh alles gut gehts muss klein sein ja der war die lightning das fällt mir wie es der olem kommt er muss jetzt halt nur so viel druck machen das wir auch nicht so leicht die dings werfen können ja er muss halt irgendwie so plus 500 600 kommen dass morten nicht am ende alles besser bei katschen können ok ok das sieht leider nicht gut aus gerade für morten das ist leider aber ja für morten sieht sich gut aus mein city gut dann kommt er niemals da an oder ich denke auch nicht auf dem sein ich weiß ich weiß oh 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 richtig krass gespielt Es wird WTF wirklich richtig krass gespielt. Oh mein Gott. Das ist, dass das so geht, das ist krank. Das ist so heftig gespielt. Holy shit, man. Krass. Finde ich cool, dass es weiter geht. Dankeschön, Leute. Es war ein Geist-Game. Ich wusste nicht, dass man sowas verteidigen kann. Ich wusste es nicht. Okay, praktisch auch. Du gewinnst das, Junge. Habe ich nicht schon. Habe ich nicht immer gesagt, aber. Aber Leute, ihr müsst euch mal entspannen. Nein, kennt man nicht. Die Serie ist ja nicht stark. Die kennst du? Ja. Und Horst's Geld ist noch nicht? Okay. Fand ich da aus, auch mega alter. Okay, schön. Crypto, du hast glaube ich nicht gepriegt, oder? Sam, du hast aber Prison Break geguckt, oder? Ja. Ja. Los, es ist ein Base. Warte. Warte. Irgendwie der ist verteidigt. Warte, wenn da die Füße kommt. Du musst Friesen irgendwie. Dann musst du teuer bei dich, dass ich komme noch nicht. Digga, Friesen auch. Mach nicht mehr Trash. Decker machen. Warte. Er hat gewonnen. Ja. Okay. Wenn ich jetzt gewinne... Warte. Wenn ich jetzt... Warte. Wie viel lang hast du? Ja. Ich bin vier, vier, glaube ich vier. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt gewinne und einer von euch verliert, ist even. Oh. Äh. Ja. Okay. Du wirst aber nicht gewinnen. Schnauze. Geil. Ja, dann geht es weiter zwischen dir und dem anderen noch. Ja. Dann wäre jeweils einer komplett raus. Oh. Ja. Holy Shit. Sorry, Digga. Ich weiß nicht, was jeder machen soll. Holy Shit. Ja, das war das denn. Der geht einfach fürs Playbein nochmal. Zed Hawk. Ja, man mag Floppy eh nicht, gell. Gerade. Ich bin Kämpfer. Nice. Ja, ja, das ist mir nix. Götze. Herz auf jetzt. Oh, du bist so cool, du bist so cool. Du bist so cool, du bist so cool. Du bist so cool, du bist so cool. Digga, wenn der gut spielt, dann... Ja, wenn der gut spielt. Er hätte ja ne Brücke. Aber wir wollen nicht. Dann. Na ja, die nächsten Art ist mein Sohn. Aber ich weiß nicht. Doch, doch. Wenn er wirklich... Ist das so gut? Ja, wenn er das X-Wunder-Haw hat, denke ich schon. Wenn er einfach... Wenn er... Wenn er einfach ein Triple-D-Wariot spammt. Zed Hawk hab ich mal gepusht. Okay, geil. Hahaha. Das ist einfach nur ein Code-Baddle. Das ist einfach nur ein Code-Baddle. Hahaha. Das ist fein. X-Po gegen die Wariot. Ah, ich hätte den Ritter nicht gespielt, so. Ritter war scheiße. Der war ja komplett gewastet. Ja. Hm. Ist das winnable? Schlechter Ritter. Ja. Der Gegner macht bisher sehr, sehr viele Fehler. Warte mal. Fickst du denn grad seinen Preis mit? Ja, jetzt hat Big Spin ein Problem. Das wissen wir. Ist das so? Cash Dash, Cash Dash, Cash Dash. Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Oh, ja. Was heißt? Ja, der Krüner ist davor, oder? Oh, nein! Mann! Ja, das haben wir jetzt auch nicht expected, to be honest. Ja, natürlich verliert er das halt. Scheiße. Vielleicht wär's den Gelickste-Time richtig. Ist richtig. Ist richtig. Hahaha. Wie nice. Junge. Und dann haben die auch noch Expo-HP genervt. Warum wird das so bloke? Oh, wie ärgerlich, Matthew. Ich bin so frech. Ich bin so frech. Ich bin so frech. Ich bin so beschwertig. Guck, der wird jetzt halt die ganze Zeit das Gleiche machen und Big Spin wird genau das Gleiche machen. Das ist irgendwie blöken jetzt. Der Expo und 4% gewaltt oder das ist frech. Oh, das ist Damage. Das seht ihr auch, oder? Bist du dumm? Man, das ist ein bisschen mehr. Bis du so 200-300-Damage und dann Feuerbahn. Tessler ist einfach so kackend. Arogant. Einfach den Poison auf den Tessler. Digga, das war mich dauer, Digga. Das ist ein Arogant, Digga. Das ist ein Arogant, Digga. Blablablablablabla. Das ist einfach so ein Arogant mit seinem Idee. Hey! Wo wird der Kollege gespricht? Nächster Expo, nächster Expo. 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 Das kann doch nicht sein. Ach man, ey kommt jetzt der Gegner. Boah, ich war nicht weg, Junge. Der Gegner arbeitet halt auch blöd mit seinen Firewalls, ne? Ja, der arbeitet echt nicht gut damit, Digga. Der ist ein Harzer, der arbeitet gar nicht, Junge. Oh, Junge. Der ist log, 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 log. Trouble. Leider durch. Ja, Trouble wieder, ist der Hase am Kacken. Es ist schon Trouble, Knechte. Trouble kostet 6 Minuten. Oh, der ist gerade. Oh, der ist gerade. Das war's, das war's. Das war's. Komm, 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 komm. Das war's. Brody. Komm, jetzt noch gute Defense. Das war's. X-Bogen ist so AIDS, Junge. Er setzt mich 3 Minuten permanent unter Druck. Das ist so eine Kacke. Ich kann dich dagegen tun. Ja, er hat's mega gut gespielt. Vielleicht irgendwie, aber... Kannst du nichts machen. Boah, das ist so Dogshit, Mann. Deswegen hasse ich X-Bogen. Ja. Ja, das ist Weltklasse Gameplay. Oh mein Gott, Digga. Warum für dich gegen AIDS-Bogen? Wow. Das heißt, Matthew kann quasi schon den... Wie nett man das? Ja, Matthew kann... Da quatschen. Ey, dieses Fuck ist so AIDS, Mann. Es ist so scheiße, wirklich. Es ist so scheiße, wirklich. Es gibt so Krankheiten. Aber das Ding ist... Wenn Matthew verlierst und Morden verlierst, dann haben wir gewonnen. Weil ich nicht dabei raus bin. Konnte nichts machen. Wahnsinn. Wahnsinnig kacke, Alter. Also es kann nicht mehr weiter gehen. Es gibt jetzt nur noch... Es gibt jetzt nur noch... Oh mein Gott. Gewinn einfach, Digga. Das sind wir die Helden der Helden. Einen Grafen am Anfang. Wir müssen nie wieder arbeiten. Oh, Digga. Ey, aber Bixen, du kannst mit deinem Score... Du kannst mit deinem Score uns immer noch den Sieg holen. Jetzt X-Bogen Mörmets auf die Frage, bin ich Digga! Oh mein Gott, okay. Okay, krass. Hä? Ah, das ist irgendwie umfällig gegen Scheiß-Knecht-Bogen zu verlieren. Hä? 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 Evo, wo die entspannt nicht. Ja, der geht nach den Devakiros zu spiel. Ich war schon eine deutlich schwierige Situation als dieser. Diese Ritter? Isbo ist nicht gebessert. Valiu ist Eisgeist. Wie schlecht, Alter. Das ist Daniel, ja. Okay. Ihr wisst nicht wie mich dieses Spiel gerade triggert. Ihr wisst es nicht. Ja, ja. Ich bin so sauer einfach. Ich bin so sauer gerade auf diesen Knirchen. Ich hab jetzt mal eine Runde Doppel X-Fu. auf den gegner es ist so schmerzhaft gerade aber ich bin so sauer ich bin so sauer spielt irgendwann auch in offensie mich ja will ich gleich machen ich bin so sauer er hat so wenig elixier er ist jetzt für zwei oder so knapp immer so lucky Der bringt ja Vollball. Der bringt ja Vollball. Ja, du bist das nicht, Junge. Warum hat der Gegner denn nicht? Warum zackt der Gegner so hart, Alter? Hau doch Vollball drauf. Der hätte Felix, der hätte schon locker vollballen können. Oh, 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 oh. Alter, Matthew, du bist krass. Du bist schon ziemlich krass, Matthew. Nicht joking, Junge. Diese Brücken-Tessa-Duell, ich hasse sie. Nicht joking. Spiel weiter, definitiv. Kann keiner interessiert sein, wenn du reich bist, Digga. Irgendwie dieser räudige Spielstil, der tönt mich irgendwie mega an, Digga. Okay, nice. Alter, viel Schott am Abend. Boah, ist das geil. Ich fasse nicht. Ich bin auch ehrlich froh, dass die Challenge vorbei ist, um die Scheiße nicht mehr sehen zu müssen. Team Rocket und X-Bogen, Junge. Wie geil. Team Rocket. Du bist Space Psycho und X-Bogen. Das ist so geil. Ja, aber was Matthew hier auch macht, das ist Crash-Wall. Ihr könnt denken, der spielt das Spiel schon seit mehreren Jahren. Ja. Hahaha. Wie soll denn diesen Lied noch thrown eigentlich? Ja, so. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Eine Minute zwanzig, der geht da hat nur... Digga, der lebt jetzt eine Minute zwanzig noch, und dann ist er tot. Ah, fuck. Was ist das? Ich glaube, man weiß nicht. Das ist so ein Problem, oder? Oh. Digga. Das ist der X-Bogen. Den Siem X-Bogen stehe ich hin, Mann. Das Game ist so unnötig lange. Das Game ist AIDS, Mann. Ich seh zwei Leute, die sich nur mit Gebäuden die ganze ins Gesicht werfen. Ich bin bereit für den nächsten DM-Sie-Bogen, Matthew. Junge, ich hab so Bock. Ja. Ja, ich fand das so sympathisch, Matthew, als du zuletzt mal E-Jank gespielt hast. Ich fand das so sympathisch. Das ist wie geil da. Oh, Junge! Junge. Oh, yes! Das ist der 20. Morten, du bist der beste Spieler der Welt. Danke, Bruder. Matthew und ich haben Geschichte geschrieben. Das war schon stark. Team Rocket einfach. Ja, Jungs. Ist das so? Komm, connecte nochmal an den Turm. Geil, hol den Turm nochmal. Nein, du musst nicht. Du musst nicht verspielen. Alter, Team Rocket hat gewonnen. Team Rocket hat gewonnen. Das Böse hat einfach gewonnen.